Pistols Ich höre was Wie soll's Pistols troppen? Die Ecke? Nee, grün Pass mal auf, messert mal eure eigenen Leute Und verdient euer eigenes Geld Hier, tropp mal was Green, Anti-Made Oh, okay Du bist so einer Oh, Pistols kommt, wer schmeißt immer so eine Dreckige Kuppe in Hast du was dran? Guck mal auf Guck mal neue Oh, Mann ey Willst du die Ola haben? Naja, komm mal da auf, Mann Ja Ja Zack, nehm ich Da guckst du, wa? Na, ohne eine für dich Oh, Mann ey So ein Anti-Made Nimm keine Sternen Du musst doch euch schon verdienen, so eine Waffe Green ist ein Troll Wann haben wir gewischelt? Du 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 Ne, ich hab mir die von Grün genommen Weil Grün Hat damit Auch getroffen Ja, eigentlich, wenn ich könnte, hätte ich mein Messer noch hier drauf Hm Die Bombe hier voll Die Kille, die Kille, die Kille Die Kille Einer ist eh Kasten Wenn der kommt, kriegt er den Jump-Shot Vielleicht sollten wir dann auch mal eine Jump-Shot Oh, der war jetzt Shot Quatsch 65 in 2 Meistens Leute, die auch mit dir quatschen wollen Die quatschen noch Ne Was sollten wir? Ne Lobby-Join danach mal Hm Ist doch wurscht eigentlich, oder? Ne Ich hab das jetzt die letzten Wir haben die Bombe gelegt, ich Rennen Ich sage, der von B wird pushen Ich sage, Mr. Shave verkackt Mein Mr. Shave mit der Bombe vor, wenn Eva Eva kommt gewascht Ja Ja Mähen rein, oder? Ja Was ist denn da? Hm? Es geht hier Zeit, Zeit E-Bestes von der Welt Besser von der Welt Besser von der Welt Besser von der Welt Blut Ja, gut, auch da, okay näher Main out Ebox Ebox Low HP, Low HP, Minus sixty Rapper dann, mate Untertitelung des ZDF für funk, 2017 hat er eine nade? und ist es der smoke? einer wurde von hinten nein, du hast meinen smoke geblockt sorry ich bin direkt über dem gang oh Gott das ist mein smoke geblock was soll ich da machen? oh nein einfach auf kur 2, oh nein oh Gott, du siehst ja, jetzt ist der Kugel jetzt drückt man einfach T ne, drückt man nicht, denn wenn ich T drücke, passiert die Ahnung dann musst du das mal beinnehmen es gibt sinnvollere Sachen zum beinnehmen ich glaube nicht, dass in einer Klatsch-Situation so schnell mal eben so einen Typen blockst ich will jetzt wenn er labert na, da sehen wir nein, aber in einer Klatsch-Situation ist, wenn er mal reinlabern, 5 Stunden lang da bringt der zwar T auch nicht viel, weil ich im Team-Speak bin, aber der kann ich nicht machen vielleicht mal raus, bitte alter rechts, nicht close ist einer ganz rechts, eh krass so ist das das könnte auch blau gewesen sein einer kommt, glaube ich, über Ivy durch ja, da kommt Ivy da habe ich ah, es kommt jetzt 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 mein Sound ist verkehrt er ist unbesiegbar ja, er ist unbesiegbar im TV ist einer dran mein Sound spinnt und dann los das habe ich vorhin schon gehabt als der unten hier mal in den reingelaufen ist habe ich den am Placeborn gehört also einer ist auf jeden Fall im TV drin ich denke mal einer ist Popdog und einer wird sie sein vielleicht durch dieses raus tappen ja, eigentlich nicht ja 40 Sekunden es wird keiner von hinten kommen wir werden beide bei der Bombe stehen vielleicht einer oben sogar es ist alles super laut es ist alles super laut ich, äh, keine Ahnung ok ok da ist wieder Update ok, die, willst du eine Diegel haben? ok, keine Diegel haben nö, schon mal nö, 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 nö ich treffe gerade überhaupt nichts erst mal ich weiß, was verkehrt rum ist ich weiß es schon Kopfhörer verkehrt rum? auf? ne, Kopfhörer nicht verkehrt rum auch aber ich habe tatsächlich eben nachgeguckt ehh, hihihi hat die ich nämlich auch schon mal ähm, ne ich habe jetzt nen neuen Kopfhörer aber ich weiß, dass der Anschluss am receiver verkehrt rum ich wollte da ich hinten andersrum angeschlossen da war ich vorhin weil wir gestern haben einer kommt ruf und push, einer kommt ruf und push keine Rampe einer in der Smoke Rampe oder was? ja, safe dann ist der links schieß mal rein noch ne AWP, lange Rampe passt halt keiner auf, ne? ich stepp's ja mal an der kleine Rampe und alllang war ne AWP die hat er gut gefangen, würde ich sagen die Nate hat ihn hundertprozentig getroffen ohne Connector ich müsste noch ne AWP sein auf Spot irgendwo ok der letzte hat keine AWP AWP ist tot ja, wir können stopp sein doch und Bombe has been projected also ich denke, dass er keine hat weil der, der tot ist ja, oben Rampe unten 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 Bombe dahinter am Zug rechts genau der andere war dein mate ne, der war grad auf der Bombe naja, der ist aber die Bombe der ist Richtung Bombe gelatscht und er war auf der Bombe so gut wie ach, sind viele Zeus gekommen viele Runden haben wir jetzt sechs gewonnen und der dauert ungefähr anderthalb Minuten also, er ist vier Minuten vergangen also habe ich nur fünf Minuten bis sie die Baguette brauchen muss genau Mathe läuft ich smoke Z hoffe ich ok, mal Connector weiß nicht ob das ankommt oh, der hat die Bombe hingeworfen ja, ich nehme sie ja gleich wieder mit ne, ich hab mich gerade gewundert wo liegt der Dreck da raus halt geht vorsichtig alter jump her hoch poptok 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 da drin abe mails kommen poptok wenn er Z hat, Smoke kennt er IV IV Grundlinie sehr schön lande lande ich bin auf Zeit B last ja, so lurkt man nicht er ist übrigens noch B nur, er bleibt sich einfach stehen Terrorists win wenn man einfach lautstark nach Richtung A läuft dann ist das kein lurken ich hab meine Flash extra da hinten in die Wochen weil ich dachte, wenn der irgendwo ist dann kann er nur von CT hinten die Züge hochkommen weil sie wollen da noch nicht waren deswegen die Flash des Todes musst du ja nicht rinkeken hm voll tot oder so ist Cole nur geflasht äh, geflasht ist das halt nicht gewohnt dass einfach irgendeiner blind mit Flash wirft ist da jemand ne Flash? hm ja sondern dass das einer ansagt und auch so wirft, dass er nicht blind wird ok, die auch verkackt direkt auch verkackt ist das schön ist das schön war das denn ein Rush aus? ja, ein Young-Wash äh, Ivy-Wash naja kommt Sight kommt Sight A einer kommt hinter uns der zu oben hinter sind rein, ja? oh fuck ja ne, leh mal rein Up-Dog habe ich Connector mitkommen Pop-Dog ist sauber stark einem ist noch mehr genug der war verkackt einer HITS mit dem Connector habe ich mit dem Connector habe ich mit dem Connector nach Keinar nach Keiner nach Keiner Peiner nach Keiner nach Keiner Ich habe gerade 30 cap re Dräging So, der Oven ist ausgemacht. Der hat Energiesparner da halt. Ja, der lässt... Der lässt... Ich gas-te einfach wieder raus. So gut. Ah, ist Connector? One side on train. Ich bin noch ein Fan, da. Ich bin noch ein Fan, da. Einuch der ein Fan. Ok, der muss noch ein Bord sein. Aber ich bin noch ein Bord. Ich hab's von mir auch schon voll die Nades abgekriegt haben, ich hab zwei Nades reingeworfen, ja. 68 in 2. Hat der Molo reingeschmissen, dass er rausrennen muss. Ja. Ne, ich stand auch in einer HE, hab eine schon reingeworfen und ich wusste genau, dass er da kommt. Wer war denn das? Der letzte Hypex. Hypex? Den hab ich 35 in 4. Okay, ich hab ihn wahrscheinlich einmal getroffen und der Rest war Feuer. 68 in 2. Wir haben einen Bot. Ich hab Z und Smoked, glaub ich. Flasch wieder mit da raus. Ah, gell. Nimm den Bot, nimm den Bot. Der war links. Ne, der Gegendart-Bot. Let's go, B. E. Fuck, die sind beide A. Both haben A. One out. Und der Bot, wenn er Glück hat, hat er noch eine Ford. Wie ist das hier mit? Muss man da gegenwerfen? Ah jo. Mehr mitgegangen. Du? Warum würdest du denn hier? Ja, so ungefähr. Ach so, das ist aber so, das glaube ich. Und mit einer ist hat keine Zeit gleich eine Bombe, äh eine Granate geworfen und nicht mehr. So, jetzt bin ich auch Veteran. Der Train-Card. Ui, ui. Ich weiß doch nur als Veteran, dass du dann ins Eck musst. Ja, deswegen mach ich das auch. Oh nein. Sorry, Fregelegen. Da bin nur Connected irgendwie. Alles gut, alles gut. Ich hab nur den einen gesehen, deswegen hab ich gesagt, gelb links. Ich sage, die ID rushed. Scheiße. Wenn der Krogic muss ihn ja beschützen. Wir draußen flaschen. Ich flasch raus. Boah, hinter die. Wenn du es gerade rein hast, du raus bist. Fuck it. Ist der noch bei dir? Ja, wahr? Naja, der ist da. Na gut, der steht da mit der Shotgun. Da sind zwei durch. Wir hätten gerade zwei gleich da mitgegangen. Klasse. Wo ist mein Bier? Irgendwo da ist der Shotgun. Oh, die ging ja. Da ist noch einer. Pass auf. Der Mate guckt doch nur zu einem. Noch einer. Der ist das E-Box. Ah, rennt durch. Da könnte Pop hochkommen. Der Steppt Connector. Der Steppt Connector. Der Steppt Connector. 100%. 4 Sekunden. Bei 4 Sekunden musst du liegen, ne? Und dreht einfach bei Ivy rein. Oh, oh. 5 Sekunden. 12 Sekunden. Das ist noch mal. Ich meine. Deine. 6 Sekunden. Aber wir wollen unspedagogik sein. aber wir wollen uns präsentieren. Übermacht, wir haben uns zu überzeugen. Ich bin etwas über puede踏 pas. Aber wir wollen uns auf jeden Fall ein Team. 3 Sekunden. 12 Sekunden. 5 Sekunden. 4 Sekunden. 5 Sekunden. Fakt. 5 Sekunden. 5 Sekunden. 6 Sekunden. Jetzt macht er Und deswegen nicht faken Wahrscheinlich hat er keinen Tastar Ich würd jetzt gern mal irgendwie nen Gegner sehen Der mich nicht gerade umrennt durch den Smoke Der wird wieder rausrennen Der wird wieder rausrennen Iwi, Postpone Iwi kommt nichts Hopp-Hoc Ich komm, drop, properly Ich gleich am Offspot Jo Oh, hat sie erledigt? Oh, hat mich geflasht Er könnte kommen Der hat den gegen den getroffen Ja Das ist wahrscheinlich nicht, dass du den anderen da getroffen hast, oder? Ja, sicher dass du ihn durchgetroffen hast Oder den du getötet hast, der hat gerade den Bot übernommen Ach so Er ist im Z Er ist im Z Ja, er ist im Z, kommt raus Habe ich nicht gewusst? Jetzt weißt das Ich glaub sogar, dass du dafür nen Assist bekommst, oder? Das hat mich schon immer gefragt Ja, dann muss ich dir genau nen Assist für bekommen Genau, das würde mich nämlich mal interessieren Warte, guck mal, wenn du Ähm, ich Thomas Ähm, genau Ne, warte Dein Bruder tötet einen mit der HWP Ja, und der nimmt den Bot Ich tötet den, kriegt er nen Assist für den Bot Ja Ah, okay Das ist natürlich ein Spack Das ist natürlich ein Spack Ne, ich geh da nicht hin Das ist natürlich ein Spack Wenn der noch nen Bot übernommen ist, der KW anders ist Das ist natürlich ein Spack Ivey Verschrot Ivey, komm, Lux Okay, alle Spann Ich flascher mal raus Oh, wir gehen Babys aus, jetzt Aber wir gehen Babys aus, jetzt Ich glaube wie Ja, voll geil Hat einer einen Molo? Jo Für Pop? Ja Uhhh, da ist der eine Frampe Dann müsst ihr da nicht vor Will ich Pop-Dock hinterwerfen, oder was? Ja Mach da Lach, weil ich mich runterwerfen soll Ich hab schon, ich hab mich schon geworfen Ich kann auch nochmal werfen So, wir können ruhig rausgehen ja Ich hab's jetzt schon Was für Pop-Dock auch Da kann man sich nicht mehr aufsetzen, das geht nicht mehr Was soll denn der Scheiß Ich habe gesehen, was manchmal welche machen, sie zu zweit Als Türmschinder runter springen Ja, aber auch mal Das müssen wir mal machen Okay, nix Können wir das vor machen? Und rechts Und rechts, 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 rechts Mit dem? Ne Läuft! Wie klar ist er da? Natürlich Der hat sich verarscht gefühlt auf jeden Fall Auf jeden Fall Auf jeden Fall So logisch, man macht das das erste Mal und dann ist da einer So ein bisschen wie unsere Lass mal in Cash einen Runboost machen Hat beim ersten Mal geklappt, danach nie wieder Richtig Hast du den Brust gesehen von Simple auf innen? Ja, hab ich gesehen Weder hoch Ja Weder hoch Weder auf dieses Gerüst links Einer links vom Zug Ivy Flash Oh, er ist low Er hat noch 19, kommt links vor, MTV Seite 19, da waren es ein bisschen eigentlich Von den Meldkönnen Oh Also weg Doc, PopDoc Und Grundlinie Oder? Spot, ja Passt du PopDoc auch bitte aus? Mach mal was ich da Activating the Bump Ah, jetzt geht die Smoke weg Nicht, dass der gleich von Main Doc, PopDoc Doc, PopDoc Na schön Trefft ihn nicht, wenn er durch PopDoc geht Woher sagt er was drauf? Durch die Smoke kommt er ganz langsam geschlichen Da kommt keiner drauf, klar Borena, ein Drop? Nö Klapp Was ist die loswerden? Muss die loswerden? Steht bei der Seite Boah, wer blockt denn hier? Ich schmeiß mal die Bombe hier in die Bräume Ich nimm sie mit Wir müssen doch vorsichtig sein Kann aber gut so sein Er kommt Was ist blind? Er ist blind, blind, blind Jetzt nicht mehr Na, wo ist die Killer Smoke? Hast du nicht gesehen? Na, wo ist die Killer Smoke? Hast du nicht gesehen? Er ist aufgrund der Ich kann nicht b Nein, lass ich ihn nicht reporten Ich habe so eine schlechte Aura Oder wieder teilen Ich pushe da übrigens nicht Ich bin hier, direkt drin, sonst durch Ach so, durch. No, ist nicht b Okay, dann gehen wir mit der A B Juhu, da war noch einer Ja, da kommt Ivy One ist Ivy One more, I think B One ist B Einer Grundlinie Eine weiter Grundlinie hinten They're going to city spawn Wo mein der weg? Ja, keine Ahnung Geh du mal wieder hoch, die kommen jetzt von hinten Vom Spot aus, von B In die Luft zu sporen Hm Was soll das? Ich bin auf die Windows-Taste gekommen Stark Oh, warum hat man sowas überhaupt? Und die Jude ist, mein Spiel geht auch direkt aus Das hatte ich auch fast, dann musst du das ganze mal wieder bei Steam starten Dann kommst du automatisch wieder ins Spiel rein Und neben dir steppt jemand Tja Das ist sogar die Bombe Oh, einer da Let's be green Ja, ich hatte denen auch letztens die Taste deaktiviert Man kann die ja deaktivieren, muss ich mal machen Hm, hab ich auch gemacht Warum kommt man da überhaupt drauf? Ja Ob ich jumpen wollte Er muss klatschen Mach da vorne Mach da vorne Ja Oh, du hast mich bewegt B ist Bombe, B ist Bombe, B ist Bombe Und er ist kleine Rampe, er ist kleine Rampe Du hast keine Zeit, töte ihn Warum schleicht der? Ah ja, ist nicht B ist Er ist ja gegen das Rohr gesprungen Der Herrjurt und der Taphorn Es ist noch nicht bis zum Spind geschafft Ziemliche peinliche Vorstellung Der Windows-Move Der beste Das auf jeden Fall Ja Jo Ähm, mach mal folgendes Komm mal ne Flä- Ähh Dräng jetzt du kleiner Rampe rushen Ich flasche für dich Alles flaschen Oder sag ich unten durchflaschen Wir haben das nochmal gemacht Haben wir oben durch die Flasche Und Hab ich denn das unten einfach auf die Kante gebrochen? Auf die Kante Ah ok Ich hab überlegt, vor allem hab ich mit rechts klickt Das hat nicht geklappt Irgendwie soweit Mach, mach, mach Durch, durch, durch Da kommt was Ey Die Bombe Da ist noch was safe Ja, einer ist in Schwunggassen Egal, wir haben die Bombe Go back One drop Oh man Nein Er kommt mit der Shotgun Er kommt mit der Shotgun Hat jetzt die Bombe Er geht zurück Durchdung A Ja, der wird B durchgehen, oder? Weißt du, oder? Der Bombe Er wird Dung, wärt B Wie Zombie Er kommt Ich glaub ich nen Arka ist nicht So, kannst du gleich mal legen, das Ding Kann ich machen Pass mal auf Wo ist der nächste Mülleimer? Da ist er Der duckt dich schon Da ist er Was waren das eigentlich für einen Rush da? Welcher? Ja, von den Gegnern. Erstmal Ivy gehen, oder? Ja. Ivy, Flash, durch. Ja, klar. Der Rush war... Die Bombe geht mal vor und riskiert. Gute Idee, gute Idee. Flash kommt, ja. Ja. Oh, der war so Flash, der war so Flash. Ah, fuck, einer Stromkasten. Und wieder zurück. Der fucking Bot kriegt mich, wollte mich verarschen. Das ist der Wind, Alter. Side. Side. One side. Wo ist er links raus? Haben sie gehört? Nee. Nee, haben sie nicht. Haben sie nicht. Der hat uns... Hätt schon mal gesagt. Haben sie nicht, haben sie nicht. Deswegen hab ich noch mal geschossen, dass sie's nicht hören. Na, du hättest auch noch mal jumpen können. Ja, ich auch. Oder wenn ein Arzt noch mal zoomen wird, kann's ja währenddessen. Während des Defusen. Einfach durch Defuse. Verkennt ihn. Ja, dringelt euch alle vor. Schön. Mit Katzenpfötchen, deswegen auf das Bild. Willst du durch? Natürlich. Vielleicht. Kommt was. War blind. Oh, die Nate. Die hat's mir nicht weggegeben, Alter. Oh, die Nate von dir. 33, nein. Der Beste. Beste. Auf die ich das verlasse. War um einer rechts. Und zwei. Einer sah auch schon raus. Oh, einer hat Head gekriegt. Sehr schön. Ich wusste ja nicht, dass du so weit vor hier bist. Na ja, immer durch da. Wenn einer gekommen wäre, der hätte aber eine Nate bekommen. Ich werde dann mindestens 33. Kannst was weg. Ja, bitte. Ja, nehme ich. Heiko. So, damit gehe ich durch. Wo durch? Na ja, wo ich gerade durch war. Ah, da durch. Immer durch. Will ich da mitkommen, oder? Ja, du gehst vor. Ich flash da drin. Ich dachte, du gehst durch. Nee, du hast was Besseres. Ich hab diesmal nur eine Flash. Hau, du machst das schon. Flash kommt. Grenade out. Und? Nichts hier oben. Okay. Komm mit, komm mit, komm mit. Nein, warte, ich jump hier oben. Fuck, schaffe ich nicht. Gehen wir hinten durch, oder gehen wir Kopf? Warte, Pop. Mach ich hier mal Feuer. Voran zieht hier. Du musst Pop halt raus, ne? Weil die halt drauf sind. Ich geh Pop, ich geh Pop. Ach, scheiße. Oh Gott. Mein Mate, Trampel, machst du Rechte? What? Alle für dich, hüpfen Bord. Der schießt. Der hat, dass der hinter dir kommt. Das haben wir gehört. Das checken wir nicht. Und dein Mate, der andere ist oben. Der weiß, dass du die Leiter nicht hochkommst. Niemals. Kannst du noch defusen. Fehler. Checken wir niemals. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Jetzt kann ich doch noch einen anderen anschießen. Ich hab eine AK verloren, glaube ich. Oder? Ne, der M4. Die ist rechts runter, wenn du Richtung T gehst. Pass auf. Jetzt, jetzt mach das. Ah, ich wollte die US4 rumderschmeißen. Jetzt wollte ich weinen. Kommt noch, kommt noch. Was auch. Jumpe einfach runter. Im letzten Moment. Aber du schlubst noch. Nein! Das ist zu guter Trick. Guter Trick. Guter Trick. Ich kann da. So, ich hab keine Held. Ich kauf Deagle und Flash und Nate. Keine Flash. Wir gehen jetzt Main. Wir gehen einfach in Grundlinie und wir gehen... Oder ich flash dir Ivy, wenn du willst. Ah, ich und Deagle? Ja, hab ich auch immer. Du triffst ja auch. Hey, du hast 23 Kills. Ja, das ist Dauerfeuer. Nein, der macht Dauerfeuer Deagle. Ich flash dir. Ja, das ist das Problem. Dauerfeuer Deagle gibt's nicht. Flash kommt. Blind. Kann da keine Pumpe drauf gehen? Komm, wir gehen vor einfach. Hier ist nichts. Ach so, vorhin hat einer hinten... Da hat einer geschimmelt. Ist doch hier, war keiner. Der hat vorhin gewartet, der Typ. Oh, das ist der. Der hat n Bot. Der hat n Bot. Ist Main was raus? Ne, wa? Keine Ahnung. Ich glaub, der ist Till. Ich glaub, der ist Till. Sind wir die? Ja, die sind B. Die sind B? Na komm, das andere B. Wir haben kein Death. Vielleicht nicht. Ja, komm, wir schimmeln das. Einmal hab ich ihn getroffen. Geht los. Ich würd ja nie warte, die nächste Runde haben. Throwing Grenade. Nächste Runde haben wir ECO. Oh fuck. Da war noch einer von uns. Ach so. Ach, der Hevor, guck mal dir an. Hinter dem Gabelstapler versteckt er sich gleich. Oh man, oh man, oh man, oh man. Ah, den lieb's ja auch nicht mehr, den Gabelstapler. Kennst du noch das Video, wo sie alle mit dem Gabelstapler losgefahren sind bei Train? Was meinst? Was die anderen überfahren haben? In Counter-Strike 1.6, wo sie mit dem Gabelstapler hier losgefahren sind? Ja, das war doch diese komische Mod, oder nicht? Ja, das war die Mod, die war lustig. Ja. Einfach für uns Gabelstapler und rauf aufm Spot. Ja, loben. Das haben wir doch auf Nuke gemacht mit dieser komischen Plattform, die auf dem Boden lag. Ja, das auch. Aber den fand ich nicht so schön. Die anderen sind ja schon mal als München bewandelt. Das haben wir auch schon mal gemacht. Richtig. Äh, ich würd sagen, das kann ich nochmal nochmal. Kommen sie mal mit. Nee, jetzt bin ich woanders hinher. Ich geh mal mit. Ich geh zu der Hellbock. Wenn der eine Waffe verliert, hab ich eh, ne? Ich smoke den mal. Flash, Flash für Mitte. Oh, fuck. Name könnte raus sein. Name nicht raus. Die sind oben, Richtung B. Richtung B. Ich komme in B. Dann muss Main noch passen. Fuck, ich bin hinter einem. Ich hoffe, ich knife den. Naja, warte, ich bin den Knife. Nein. Er hat mich gehört. Er hat mich gehört. Er ist hinter dir. Er ist hinter dir, hinter dir, hinter rechts. Er kommt rechts. Er ist auf B. Auf B. Hast du's gesehen? Hast du's gesehen? Hast du's gesehen? Ja. Der war auf dem Kopf. Ja, aber du ballerst wie ne Uzi mit dem Ding. Ja. Damit muss man wie ne Uzi schießen. Muss doch Schaden machen. Umso mehr Treffer, umso mehr Schaden. Ist ja lächerlich. Ja. Ich will mal sehen, wo deine Schüsse hingehen. Du musst dann auch versuchten den Spray. Ja. Das ist richtig. Das ist richtig. Das ist richtig. Aber trotzdem kacke. Ich hab mehr Sternchen als ihr. Sternchen ist alles. Gar nichts ist das. Ja. So ein Scheiß ist das. Stay defused. Einfach durch. Der hat keinen Bock mehr. Uh, da kommt einer. Der hat sie aber auch. Ich bin überhaupt nicht gerafft. Einer ist wieder pass auf hinten. Einer ist, äh, hinten. Da wo wir vorhin vorhin. Ich bin immer hinter diesem Stromgasse. Warum geht denn schon wieder orange woanders? Was ist denn los? Einer ist Main. Angst, dass ich die B. Ich fliege nicht. Hast du nur Ivy auf? Jetzt bin ich auch tot. Jetzt bin ich auch tot. Jetzt bin ich auch tot. Behind you orange, behind you orange. Ach also. Anders auf B. Last guy ist B. Er war in B. Vielleicht connector. Blue. Du. Ah, orange hat so eine gute Waffe für oben zu gucken, ne? Weißt du, was? Da geht er plötzlich nach unten. Oben kommt jeder raus. Und ich hab ne Umpe. Ja, super. Was? CT. CT. CT, side. Ah, it's a train. Going Ivy. Tetherfitt's a loud blow. Must be Ivy. Side now. Ja. Da wird viel. Oh, geklappt. Da gönne ich mir nochmal ne Aero für die letzte Runde. Da muss ja alle draus heben. So wie Kitty. Kitty macht Flash für Ivy und geht mit der P90 durch. Oh, ich geh oben durch hier. Ich mach mit der P90. Das heißt, da wir genau so viele Punkte haben, entscheidet sich wo die Spieler sind. Ja, diese Runde. Richtig. Lass sich die Runde entscheiden. Oh, viel Flash. Scheiße. Einen hab ich. Dann hauen wir auf. Ah, fuck. Ja. Sehr gut. Damit bin ich schonmal vor dir. Ich bin durchs Feuer gesprungen. Na, guck mal, ich bin im Headshot kassiert. Ja, ich bin durchs Feuer gesprungen. Ich hab mein eigenes Feuer kassiert. Ah, drop one. Wie schon durch? Bombs made. Ich hab Feuer geschmissen, da konnten sie nicht durch. Zeig ich, wenn du unten dich da an die Bretter setzt, das stimmt nicht. Nee, 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 nee. Doch. Oh, doch. Da hinten. Na gut, aber hinter dem E-Kasten. Aber da hieb noch einer irgendwo. Oh. Den Hader. Z. Hader. Sehr gut. Erster. Läuft. Ich bin noch nur erster, wenn wir verlieren, also. Verdammt, mir fehlten zwei Punkte, denn er hat die Kitty überholt. Das tun wir uns nicht durch. Niemals. Wieso, ich hab mir noch nicht überholt. Du hast mich nicht überholt. Punkt aus. Fertig. Ich hab mehr... Ich hab mehr Asystern als du. Ja, aber ich hab viel mehr die Bombe gelegt. Und darauf kommt es an. Du bist über die Bombe geschäubert, Maxima, ja. Ich hab sie gelegt. In welchen Situationen hab ich einfach klaren Kopf behalten und hab die Bombe gelegt. So nicht nichts. Ich hab mir ein Baguette rausholen. Nein. Nein, Le Baguette. Le Baguette kannst du später essen. Wollte ich Nuke rausnehmen? Falsche Karte. Jetzt müssen wir ja warten. Na ja, gut. So. Wie machen wir denn das, ohne möglichst wenig fettig Finger zu kriegen? Musst du einfach die alte Klopapier-Technik anwenden. Im Übrigen fühle ich mich immer noch wie im Urlaub in Polen, ne? Weil immer noch alles voller Polen zurück hast. Naja, weil ich das Klopapier ausgepackt hab. Ahhhh. Hier tut mein wenig aufs Klo hin. Komm mit mir vor wie in Polen. Die gute alte Zeitung. Wenn's mal so wäre. Der Zeug ist auch drin. Kannst du durchgucken, wa? Das ist so wie als wenn du deine Hand nimmst und damit, keine Ahnung, dreimal am Baum vorbeistreichelst, das nimmst, presst und daraus Klopapier machst. Ja, das ist es auch. Genau, das ist es. Das ist ein Kitty NG2 eigentlich. Guck dir das an. Das brauchst du, um aufzuschweigen, Sebastian. Was hat er denn nun schon wieder rausgekramt? Du Fabi. Immer. Ich brauche. Willst du das auch singen? Nee, überleg nicht. Gut. So, I've been playing CSGO for quite a while now. They aim, shoot, throw grenades and perform various tasks. Dann drück ich mich auf. Traurig. Ist gut. Wahrscheinlich so Papa Platte oder Nuki. Nein. Wie Nuki Dark Souls Ice spielt. Nein, das ist für uns das Spiel. Dann hat er das zwei Spiel. Muss uns nur entscheiden. Du sieg dir Sound rein? Du brauchst Sound, ja. Nケeren. NUTT. WIJER figures du LINGER. NICHOL. NICHOL! 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 oh wow is this your car man? yep holy shit it looks amazing I'll fix it later shit fuck yeah fuck yeah fuck yeah fuck yeah fuck yeah fuck yeah yeah but krimiants and flakers should say yeah das kann man organisieren ... ... ... ... ... ... ... Mozart wspól ... Ich weiß, dass du mal mit Holz arbeiten solltest. Hatt! Du nicht. Du, den bleib Feuer. Du bleib gut. Was ist denn nun los, geht das hier mal los oder nicht? Nee, ich weiß nicht, wann es wieder los geht. Was soll die Scheiße hier? Ja, hier ist schon richtig. Weg! Weg! Was? Weg! Geht los. Endlich. Nee, wir warten noch mal, dass die Leute reinkommen. Und bis voll ist. Ohne Scheiße, aber meine letzten 6 Spiele, die die gemacht haben, war ich immer auf irgendwelchen fremden Teamspeaks. Du brauchst nur den komischen Dings da, Join, und dann hast du in der Regel Deutsche dabei und die spielen dann anständiger. Ja, Deutsche spielen anständiger. Das ist ein Widerspruch in sich. Zumindest anständiger als das wir gerade auf Train gemacht haben. Boah, das war anständig, wenn wir gewonnen. Das war aber nicht anständig. Das war aber sowas von durchgetimt, das war perfekter Rush. Mit perfektem Timing. Sobald die Flash rauskam, wurde rausgegangen, die Smokes lagen schon... Aber so wie mein Radler war, da vollkommen durch. Überhaupt keine. Chance ja. Wer schreit da oben? Lass doch mal rumschreien. Der Kindergarten hat offen. Ja, der Kindergarten hat offen. Sonntag, Tag auf den Schuh, Kindergarten. Ach, das ist Schwabenbräutig, ne? Die hießen die wirklich? Ne? Diese komische Laden, diese, diese, diese... Was ist denn der... Kinderladen? Die Kneipe bei dir da hinten. Ich hab jetzt keine Ahnung, da feigt doch nie lang. Obwohl ich den Buchstaben klauen wollte und dann kommt Schwabenbräu oder so draus. Mit Schwalbenbräu oder sowas? Oder mit Schwalbenbräu? Irgendwie sowas auch. Keine Ahnung. Ja, die Hut da, alte Mirage. Das stinkt. Ja. Throwing Smoke. Sollen wir mal A spielen? Noch Frick? Hm, ich wollte eigentlich immer durch meine... Ich wollte eigentlich immer hier rutschen. Du willst doch sowieso immer nur B. Nee, oder irgendwie nicht gehen. Elk will doch da durchwägen. Durch die Wall. So. Kannst du auch bei Armour. Gibt's doch auch noch eins? Muss ich nur eine Wall suchen, wo man durchschiebt. Na, ein Euronym Connector. Ja, ich besichste, es ist eine Wall. Könnt hier vielleicht um zu mehr sagen. Da musst du wahrscheinlich auch zur gleichen Zeit 1.43 durchhalten. Na, stimmt. Du willst zwar nicht, dass so schnell einer da drin ist? Ich hasse diese D. Die sind immer 96 und 2. Ich muss doch ein drittes Mal treffen. Oder ein Kopf. article indo in K cust заним shoot. Oh, oh. hardly in K роб ich. Hallo! 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 Ich habe B Nein, ich habe B. Ich habe B. Ich habe B. Ich habe B. Wir werden hier sommer dazu. Ich habe expects ello Congressparty. Hey. Thank you. So, I can do some money. Flashbine. That's nice, KD. Really nice. Ballast. And ramp. Take. 100%. 100%, come. Yeah, well, I'm at 17 HP because of KD, so... We must see him 2-man rucking this one. Sorry, X-D. X-D. No, we're in traffic. There's a storm. Hey! We're in traffic. We're in the way. We've caught our head. I thought of it being there underneath the ramp, but no... Can't you... Can't you... You'll probably have to try it in the air. There will be some more. I'll go to the balcony. Hmmmm. Or you'll go to the balcony with a little dirty. I wanted to go under the roof. Oh, wird das auch genießt, aber dann haben wir halt nicht... ...von wir schon wieder stehen. Ah, ich smoke erstmal zu. Oh, dann leh' dich einfach durch durch den Bombs. Ja, mit. Ja, mit. Ja, mit. Flasher. Bomm ist mit. Bomm ist mit. Halt. Halt. Jalla. Wollen wir durch? Du kennst mich doch immer durch, da durch den Bombs. Ich geh mal hinten lang. Mit unten. Mit unten. Oh, du musst das schon. Halt. Oh, ich sehe ihn. Nein, kommt halt hoch. Damit hat er nicht gerechnet. Ich hab gesehen, dass du ihn ziehst. Oder dass er dann in deine Richtung geguckt hat. Kauf mal richtig schön Brand. Hat er immer. Kauf mal noch ne Diegel. Dann kannst du durchs Blatt schießen. Äh, ich hab ne P2-Pro... Nee, der Schatten oben. Und dann... Das ist nicht immer optimal. Er ist immer opti-propti. Smokest du? Nein, nee, du. Schade. Ey, ich hab's geflogen. Ich nade auch mal rein. Hast du tief rein genadet? Ja. Throwing a Grenade. Flashbine. Smoke on B. Flashbine. Eins weg. Können wir da durchbauen? Ah, ja, ja, ja. Collapse. Two guys, that's a whole F's. Oh, wow. Er hat eine M4, ey. Ich glaub's nicht. Hast du was verloren? Ja, ohne Shotgun. Ach, aber gut. Hast du vielleicht ne gute Waffe? Dann hatte der eine M4. Ah. Ja, der eine, richtig. Good job. Nett von ihm, dass er mir die M4 legt. Ähm. What is going on here? Breakfast! Ich schieß durch. Breakfast! No, Breakfast! Ich geh bitte. Breakfast! Deploying Flashbine. Two guys, grab. Ich geh. Ah, mit. Schau. Einer mit der Oben. Einer mit der Oben. Einer mit der Oben. Immer noch. Einer war mit der Oben. Zwei waren ne Rampe, aber die sind nicht dran. Two guys mit. One hit 69. Hast du gesmoked? Hast du gesmoked? Oh, der guckt halt durch die Mitte, ey. XB. Gut, du hast keine Antwort gegeben an dem Gegenmal, das wird nicht deine Smoke war. Ich hab's gesmoked. Ich hab's gesmoked. Ich hab's gesmoked. Einfach, ich hab's gesmoked. Go, 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 go. We're going. Ja. Hey, hey, hey. That's mine, bitch. Hold me, hold me. Give me to me. What the fuck? Nein. Zwei left. Can you hold A? Oh, window. Window. They're going A. Bitch, please. I think it's your AK. Ich. Muss T drücken und alle ruhig. Ja. Nee, bringt's nicht. Oh no. Good job. Bei sowas frage ich mich immer. Mhm, wie geht das? Wie geht das? Weil nämlich... Er leckt wie Sau noch drauf, ja. Ich wäre... Ich wäre direkt aus dem Fenster gesprungen, um eine andere Position zu haben. Er ist knoller. Er geht einfach wie der Jungle. Das wird man sich erwarten. Keine Ahnung. Ich bin einiger. Kann ich nicht. Kann ich nicht. Ich muss michal space her, was ich mit. Ja, ich bin einiger. Nein, ich bin einiger. 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 Es wird auszuse. Flaschbein Guckt halt keine Minder Hast du einen Nade oder so? Oh Oh Willst du einen Nade? Ja richtig tief Rack Okay, geht's oder was? Ich hab schon, ich hab meine schon nur noch One, two, can I get Oh shit, zwei, ich gucke Wetter, wetter Ich hab kurz zur Nade Der Ramp, I think Naja, was kommt? Ich... Gut, du gehst Nein, ich guck's vor Hätte ich gesagt, ich flasche Wann du weit vor? Hättest du noch von hier innen kommen können One bit in Palas Mitte Mitte war wohl noch einer One more Palas Schau doch genau Könnte sein It's the injury Maybe they rotate I don't know if you can Flaschbein Okay Flaschbein 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 Was ist das? Scout Flaschbein Und warum müssen wir doch schnell B kommen? Nicht... Ja, aber nicht wenn wir da rein gehen die ganze Zeit Ach die sollen ja mit so armen, weißt du die Wissen einmal durch ihn Geh doch auch durch alle durch Da ist du ihn Hast nicht mal den Blumen drauf Hm Flasch auf A Flasch safe Ich ratz auf die Wand Ich schiebe du bist der Leer, oder? Ist da noch was auf A oder wat? Einer durchgegangen Falas, Falas, Falas Ich bleib mal noch auf B Closer To the right Wollen wir A oder was? To gate Wuttershype, keiner mehr Watch out Falas, I'm not covering you I will smoke it Throwing it One is ran I smoke it all Is it just A? Wait, wait Oh, Ramp ist heute A-Bomber Oh my god Why? They are pushing Tetris Tetris One is low We can't! Oh no Oh no Oh boy T five please Oh boi Those moves Und den zweiten gib mir jemand das. T klärt. Kommen wir rein? Ja oder? Ja, wir haben... Das ist falsch. Können ja liegen, da sind zwei die liegen könnten. Feiner. Oh, schlechte Bedingungen, dass wir B halten? Das machen wir mal kalten jetzt. Nee, das geht schon. Nade mal direkt rein, ne? Nade mal rein. Ah, secure. Steps 8. Ich schiebe, oder? Ja, schiebe mal, ist frei. Ich schiebe. Ja. One is connector. Connector. Ich weiß nicht, dass ich mich hatte. Was ist das? There is still one ramp. Hast du ne Waffe, Thomas? Ich kann deine hochschmeißen. Ich hab eine. Okay, jetzt hast du da oben noch eine. Was'n denn? Nehm vier? Der wird wegzukommen, vorher jetzt kann ich gucken. Du hast ja gepusht. B, Bombe B. B, Bombe B. Okay, ich muss E. Bomb ist B. Oh, scheiße. AK mitnehmen? Jo. Tausche ich, gerne. Hier. Hör damit, hör damit. Nein! Nein! Hattest du eine Chance? Die lag genau in der Mitte. War sie überhaupt nicht. Natürlich. Ich brauche die überhaupt nicht. Ich füge ja so einen Arsch in die Waffe an. Du hast doch eine Waffe. Guck dir eine Scout. Weißt du, hat er eine Entier bekommen? Ich würde schon wieder sehen. Ich hätte ja die Scout genommen. Smoker. Ich mach. Bankst du durch? Ja. Bank mal weiter. Ja, aber gut. Hast du eine Grenade? Ja. Throwing smoke. Noch nicht, noch nicht, noch nicht. Jetzt. Grenade out. Läuft. Ein bisschen in die falsche Richtung. Ja. Kannst du wieder rechts durchbangen. Demo nehmen wir gleich. Lass den Magazin oder zwei. Kannst du den mal wieder verschieben, Jungs? Ja, Mitte viel. Chair und Mitte. Geh in die Connector, dann sag Bescheid. Nee, Mitte hoch. Kurz. Zu dir oder Richtung... Ah. Einer ist Jungle. Er ist down. Jungle? Nein. Ich bring meine Arbe mit an. Oder? Ist das eine Arbe? Ich hab eine Arbe, ja. Ah, ich hab eine Arbe noch. Ja. Mir schmeißt eure Waffen hin und her. Ich hab die Arbe jetzt nicht bekommen, wenn mal einer seine Waffe gedroppt hat. Orange. Smokest du rein? Okay, dann bin ich. Ich bring. Da kommt weiter. Wie ist das? Ich hab Headshot kassiert, Alter. Ne, mach rein. Rolltief. Ja, warte. Kommt, 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 kommt. Ich muss kurz abpassen. Das glaube ich nochmal durchschießen. Ja. Oder dann eher rechts davon. Oder das Connector. Oder du jumpst nur unten, dass die abgelenkt sind. Na, warte. Kommt noch eine Smoke. Fuck. Obwohl, die kommt, die kommt, die kommt. Die ist gut. Ja, aber was macht ihr dahinten? Könnt ihr mal bitte einer verschieben auf kurz? Mach ich. Ich bin dran. Die sitzt dritt. Na, wenn nur irgendwo. Da dauert drei Ecken. Das heißt, zwei machen A, einer macht Mitte. Ja, und der ist gerade verschoben, weil einer Connector durchgekommen ist und einer Rampe runter. Ja, weil er nicht mitgeguckt. Richtig, er guckt. Ne, er guckt halt nicht, bitte. Richtig, das ist eher das Problem. Das ist dein Problem, wenn er nicht mitgeguckt. Und zu zweit müssen wir B machen. Zwei B, zwei A, einer Mitte. Aber er ist ja in die Mitte. Wer steht da jetzt? B war nur noch Steps, aber dann hätten wir ihn nicht schieben können. Es waren hier eben mehrere Steps und er hat sogar kassiert. Das Palace. Soll ich schieben? Einer war ja noch B. Ich glaube einer Rampe und einer Palace. Einer als Connector. Einer Short. Wunder Short. Kurz? Ja, er könnte jetzt über Window gehen oder er kommt von dir. Jetzt ist er dauernd richtig? Ja. Und er ist zu mir geholt. Von wem hast du kassiert? Äh, durch die Wand habe ich von Neon gefällt. Ich glaube hier niemanden außer uns. Ich glaube hier niemanden außer uns. Ich verliere wohl die Zimmobilie. Es ist wieder nichts bei uns, glaube ich. Lass mich mitmachen. Ich setze mal hier auf dem Weg. Ach ja, mein Bauch ist wirklich hinterher. Glaubst du Wissen mitmachen? Waren wir bis hin? Rampen bauen wir an. Ja, dabei pegt das jetzt der war Waren. Grenade out. Grenade out. Garnade out. Nein, n is. Okay, du hast sie abgefangen. Das mache ich gerne Ah, kein Problem Man muss sich aufpassen, dass er nach hinten verschiebt Also grün könnte gleich versuchen Allerdings muss da einer los sein Wenn es kurz kommt, dann ist es gut Bombe ist liegt für euch noch, oder? Nein, die ist... Die ist hier Doch, okay Wenn du schießt, ziehe ich rum, okay? Ja, ich habe nur Hoffnung, dass der andere Pelle zu machen Ah, ja, ja, ja Ich bin in Reef Break Sehr schön Ja Könnte B werden Könnte 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 Aber wenn dann wieder die ganzen Molletops da reinfliegen, kommt sowieso keiner Das hätte Gästen sind Die gehen dann nie irgendwie andersweise rein Nee, weil wir halten die halt nur auf den Molletops Der schießt sich schon an durchs Brett Eben Smokst du? Ja Läuft Ey, fuck Lass direkt Arsch gehen Lass direkt Arsch gehen Ja Ja, das ist alles Drei Leute habe ich gesehen Sind die durch? Nein, sie sind nicht Mitte, 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 Mitte Wallis Palace Dropped on side Einer ist durch, was hier war Mitte oben Einer ist oben, Palace Jungle Angel Understairs Äh, Sandwich Sag ich doch Naja, los Was hast du gerade sagen? Ist ja nicht durch? Naja Ist ja nicht B Hm? Wieder nicht B Kommen halt nicht B Ja, ich konnte den leider gerade nicht wegholen, die beiden Typen haben mich gerade abgelenkt Na, guck gleich mal, ich hab nur eine A, aber ich kann nicht drauf Ich hab mit dem Moment gerade nach oben geguckt, als der Typ da oben die Enkelsten liegt mit seiner A Let's go Ich kann A flaschen Mitte ist oben Okay Mit open Ich hab Mitte Wollen wir da unten bei mir? Wollen wir da unten bei mir? Wollen wir da unten schieben? Oder in den Kopf? Oder in den Kopf? Oder in den Kopf? Unten Unten im Window Oh, ich krieg's kratzen Ich schieße mich auf dich Hey, alles verlieren wir in der Position, ich versteh's nicht Warum verlieren die beiden Typen in der vier Eier? Wer könnte jetzt Window kommen, wenn er klug ist? Ist mir egal, wo ich mich da Hau ab da Was ist das machen? Die verlassen wie die Ameisen sofort in ihrer Position und rennen die... Ich kann einmal legen Ich freuchte noch Oh ne, ich möchte gerne andere Mates haben Ich kann noch nicht haben Ist einfach defensiver spielen bei denen Lass die doch alleine da rumruseln Ist ein bisschen weg, ich stell's dich hin Ist nur eine Ecke Checken, was denn gut ist Ich will spot high Du kannst ja den Spot auch von CT heraushalten Feuer versuchen Meine Flash, sorry Ich kann mich auf der Mitte gucken oder wo er hinguckt Mitte Aber wo guckt er mit Wander, oder? Ja, mit da oben, mit da oben Wo guckt der Bauer hin, ey? Der trifft gar nix mit, ey Der trifft gar nix mit, ey Der ist doch scheiße Ja, ne, unser AWP im Window Zeig ich doch Meine Herren, Alter Ja, ich will aber auch nicht tauschen, weil die verlieren beide A Ich seh das erste Window nicht, ne? Falls du dich so hinstellst, dass man dich von dort töten kann Ja, ist cool Ja, müsste Der ist unter dem Window Der ist unter dem Window Hm Ich sag meine, die rennen wie die irren Viecher Und mehr Ecke, das erwartet, dass man mich gleich auf der Lekt erholt Ich bleib auf meinem Spot 450 Schaden gemacht 330 Soll ich den mal mit Spaß erlauben? Hast du das noch den Smoke, oder? Jo Ich smoke nicht mal den Schach zu Au, das ist noch mies Das ist aber blau, oder? Du hast genau durchgeworfen So nämlich Ah kaputt Machst du zu? Ja Ich mach da zu, du kannst bang Und ich nehm dir durch Die sind durch Was ist das? Ganz vergessen Grauf Kann ich über Jungle gehen? Ah fuck, da ist die der Ja Aber nicht für'n blau, das denn ist Alle sind dann drauf Geht ihr? Jo Scheiße Oh man, da war ich drauf, Alter Ja, das hilft die Was hilft mir auch? Einen hab ich Wir haben noch nicht gelegt, ne? Ah Sind sie nicht mehr Okay Ja, die werden B gehen Ja, die werden B gehen Lass uns B gehen Oh, wer ist denn vorhin? Die haben 4 mit Ohhhh Oh ja Was ist denn los? Oh die AK haben Und einen Def hab ich auch Die haben ein Ding ins gesmoked Ich sag links Ich sag in das Smoke, ja Ich sag in das Smoke, ja Nein, der ist in der Auskunft Ich bin auskunft Nein, der ist in der Auskunft Ich bin auskunft Ah, praktisch 72 in 4 72 in 4 Ich krieg Flappen bei dem Team Das ist ja natürlich keine Ahnung Hm? Letzte Runde, wo? Mhhh Mhhh Auuu Ja Noch nie, also gut Sie sind jetzt das erste Mal B gekommen Ja, nachdem wir auch A haben Nachdem ich auch Nachdem wir A eingenommen haben wieder Ja Ich weiß, ich seh mal hier aus Ja Crack One Step Kurz durch Oh Gott Ich kann nichts machen kurz Ja, ja, ich hab Lass ihn vor kommen, lass ihn vor Ich hab nen Headshot deswegen Ja, ja, geh einfach zurück Sag das einfach Er steht auf der linken Seite Grenade out Er steht links an der Wand Das war er nicht 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 Ah, gut zu zweit Gepiekt, aber alles gut Ja, alles gut Ja, alles gut Er kommt halt einfach doofig und gibt mir einen Head Ja, weil damit keiner guckt Damit er halt doof ist Ja, damit er halt doof ist Naja, was zu machen Du, jetzt sind alle doof gewesen Mein Name war aber genauso blöd Ja, er hat schon 20 Spiels Wie hat er das überhaupt gemacht? So scheiße wie die Spiele Oh ne Ah, was weiß ich Oh, das kam immer niemals Oh Gott, die Bombe rennt alleine los Blasse laufen Blasse laufen Blasse laufen Okay Wollen wir jetzt hin? Wehe oder was? Ich wollte eigentlich so den Hütten Ich wollte einen Rundlauf morgen Ich wollte überall hüten Wollen wir mal alle so abfahren? Einfach Rundlauf Gibt's da was? Sehr gut, sehr gut Da muss safe noch einer sein Was noch einer? Ja, natürlich Er ist vor meiner Nase gewesen Der noch lebt war vor meiner Nase Er könnte einfach auf A legen Aber er kommt mit dir Ich glaub's nicht Go A Er kommt mit ihm Und dann geht's Too late Holen Holt den Rotator von B Ja, machte er Er machte er Er hätte den auf A eigentlich töten können Aber machte er nicht CT-Stab 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 Er ist Ticket hinten Ticket Ok, Orange wird sterben Ja Und dann Blau Er ist halt safe CT Er ist mit der Neue Er ist mit der Neue Mehr als hinhalten kann ich nicht Naja Ist der hin? Ist der hin? Er geht so weiter Ich schieße zu früh, ich sage dir Naja Oh, knappe Kiste Ja Na, wer kassiert da gleich? Geht's ja nicht so, dass der andere jetzt mit rumpieten könnte Seidum Bitte verkack's Das wäre so witzig Als Strafe Ist der hin? Ist der hin? Achso, der war Gegner Muss ich schon sagen Ich hatte da auch weggeholt, oder? Windex hat mich weggeholt Ok, dann gut Lass uns bitte vorgehen Ich smoke kurz ab Und dann können wir Connector durch Ich habe die Idee Ich gehe durch den Tunnel unten Und ich mache meine Smoke, dass du in den Jungle landen kannst Das ist die beste Idee Einer muss die Bombe mitnehmen Ich dachte, dass der Wird, wird, wird Wer geht denn jetzt B? Watt, watt, watt Keiner B Wir machen unsere Sachen Ja, ja, lass mich, lass mich Ich gehe um den Tunnel Und ich smoke Jungle zu Wenn eine Rampe, Rampe kommt Einer war im Window Hat übelst gefangen Und er weg Smoke ist raus Flash Warte noch Sekunde Oh, zwei Sekunden Noch einer Feuerwehr Und rechts Komm, treib doch nicht auf mich hin Geh doch durch den Jungle Da war einer Jungle Da war einer Jungle Er ist so weg 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 Kann man machen Hat mir denn nicht weh getan? Oh ja Lass die Smoke noch mal machen Und Jungle gehen Damit kommen die nicht klar Dann brauchen wir Mach du mal eine Window-Smoke, bitte Nimm mal Window-Smoke Ich gehe wieder durch den Tunnel Und mach meine Smoke Ich würde meine für kurz nehmen Wenn du Window-Smokest, smoke ich Kurz direkt Wenn du schmeißt, schmeiß ich auch Okay Okay Pass auf Ich fläche nochmal Mitte Zip Oh, meine Window war weg Oh, meine Window war weg Oh, meine Window war weg In dem Jungle, ja Und Durch Das war weg Dann Hinter uns Ich schmeiß dann da noch seine Nade in Oder was? Ich hab 9 AP, ich stehe da neben Ich hab meine Window-Smoke verkackt Das hab ich gesehen Das hab ich gesehen Ja, das ist an diesem Tick-Server Du bist schon so'n Tick-Server Ja 64 Tick geht ja auch nicht mehr Geht gar nicht klar Geht gar nicht klar Ich hab alle gesmoked Und Durch Und Keiner war B Oh fuck Info? Ja, komm L Ja, komm L Staud Und durch Kurz, oder? Ja, ja Hat jemand das Haus gecheckt? Nein Ich hab Kitchen Hatte jemand von unten eine Zeus gerade? Ja, ich Okay, alles klar Dann ist alles vor Geh ich aus, ich bin Schade, der Senke, dass er hier kommt Ja, das war ja ein riesen Spaß Ja, was wolltest du? War wieder Super-Jetheim, Smokes lagen und rum um die Ecke Ja, aber das schrotzt ja durch Das war ein Spiel, den hätte man kommentieren können Dass nicht eine saubere B hier kommt Das stimmt Bloße Aura von uns beiden Hm Den hab's Molotow H.E.s durch de Wand in den Kopf bekommen, hat den erreicht Ich glaube, dass wir die Maus müssen unterstellen Nicht die Maus verspielen Noch Nicht die Maus verspielen Verstellen Die Maus Auf den Schreck hol ich mir erstmal ein paar Covanossis So, du musst mal die Mirage rausnehmen So, suchen wir jetzt Prime Matches im Moment Hier ist Trust Factor Ja, suchen wir Ich verstehe diese Menü, die sind immer zum Kotzen Es hat sich irgendein ganz schlauer ausgeacht Um dich zu verwirren Hm, das funktioniert Pass mal auf, ich bin nicht der Einzige, es gibt den ganzen Workshop-Eintrag dafür Den hast du doch geschrieben Nein, ich hab ihn abonniert Mit der Info-Eintrag Mit der Info-Eintrag hat sich also wieder die Elite getroffen Ja, du wie Kannst du das nicht sagen Wahrscheinlich alle durchweg Deutsche Ja Ne, das ist wirklich lustig Weil so wie wir grad spielen, hast du zwei Idioten mit drin Kommt da gar nicht Natürlich waren es grad zwei Idioten Die haben dafür gesorgt, dass wir hieronnen haben Pass mal auf meinen Freund Der hat 20 Kills, die 8 Ja, der hat die ganzen Hilf-Kills von mir gemacht Der ziemlich viele Assists ich hatte Hilf-Kills? Ja, ich hatte irgendwie 20 Assists Das heißt, das heißt Neben seinen ganzen Kills hat er noch Boah, ist ja der Oberhammer Der Typ ist gut Alter, der hat nur noch am Ende weggefegt Der wusste, wie man den Ur-Frag macht Schwachsinn Musst du also deine Fehler ausbügeln Ich hätte keine Fehler machen können, wenn ich nicht vier Seiten mit Emma decken müssen Sie verstehen wohl, ich dachte Oh, das haben wir jetzt schon wieder gestorben Als erster in der Runde Ja, bei der Astrox-Connector und CT Weil aus irgendwelchen Gründen da ja die UFO entdeckt ist Nein, einfach CT und guck trampeln Und ihr Bäder habt euch den, der am Schniedel rumgespielt am B Haben wir gemacht? Haben wir gemacht, mit der Food Hab wir gewonnen Ja Das war nicht bei Watt Ja, aber er hat gewonnen Ich will ja nicht wissen, was ihr macht Wir kommen ja mal ein Bier Aber ein Wackerbier ist echt widerlich Kimbeer-Zitrone Go, go, go! Schmuck Tim, kennst du, kommst du da auf die Lampe hoch? Mit dem Connector? Welche Lampe meinst du? In die Lampe? Connector Achso, ja, warte mal ganz kurz Ja, ich weiß Ja, ich weiß Das ist zu langsam Kann ja nicht langsam genug sein Kann ja nicht langsam genug sein Sag ich mir auch Also ich hab 800 dpi drin Bei einer Geschwindigkeit Bei 2,6 ab 2,6 hab ich so lehnt vermutlich Ich bin schon auf 1,1,6 2,6,8 Ich muss dazu sagen Dass ich meine Config verloren habe Und deswegen Jetzt unter irgendeiner Maus einstelle Ich bin mit der ich gar nichts treffe 1,000 dpi und 1,7,7 Das ist so etwa meine Geschwindigkeit Was? Muss ich mal grob schätzen 1,000 dpi, 1,7,7 Kommt etwa hin Wenn ich 800 hab und 2,6,8 Mh Los Er ist so gut für mich Dann darf die Hand ja gar nicht groß bewegen Richtig Das muss einfach Einfach laufen Muss das Ja mit der Aave mal steht hoch Mit der Aave Du musst doch noch so einen Win-Control haben Mit der Aave Mit der Aave Die ist doppelt so hoch Äh nicht doppelt so hoch 1,5 also ein Drittel mehr Also 150% Ich möchte so eine Leitpistole haben hier vorm Bildschirm Da wo ich hin schießt dann da zielt er einfach hin Oh Mann wie dumm Wie heißt die Maus? Die Hacker Maus? Die Blood Maus Isst du die von Blood? Nur Blood PC Nur zu langsam Ja Was kostet die? Die brauch ich Die brauchst du Ja Hast du Kufen Gibt's ja bestimmt jetzt wieder IFA hier Ich zebe das Zebe das Zebe das Zebe das Er schimmelt da wirklich Ich hab dich recht Ist das was? Nee ich wollte ihn wegbrennen Achso Das hättest du sagen sollen Oh der wär ja vorgelatscht dann Ich hätt ihn einmal anschießen sollen Und dann hätt er gestorben Und dann hätt er keine ht mehr gehabt Nee 1000 Sekunden hab ich so rum 1000 Sekunden und 1,7 Das ist zu viel mein Es gibt Grenzen Und das ist doch schieblich langsam Vorher die 3,65 Da ist eine Grenze da vorne Abonnieren Was ist das? Flasch? Ja pur und die Schatten an Komm her, komm her Dürmer Böhmchen, Dürmer Böhmchen Dürmer Böhmchen Du musst auch schwingen Der war scheiße von hier. Dann müssen wir ein Stück nach hinten gehen. Er machte drüber. Ja komm, wir gehen nochmal. Guck mal hier. Hier muss es sein. Durchs Fenster. Macht er. Das war nicht durchs Fenster. Das war richtig, das war aber auch von hier. Den Hettiko machen wir, wenn wir da durchschießen. Bist du so, muss man da reden. Da hat man einfach... Der Dom, der Dom, der Dom ist mein Tod. Und eine HE abgefangen. Extra für uns. Oh, ich hab die Pisse halt geschossen. Da hab ich den keiner gehört. Da hab ich noch einen gehört. Ich hab den Einzelpfad. Der Dom, der weiß nicht, dass du da bist. Wie dumm ist das denn? Oh, den hätt ich. Ich werfe genau drauf. Auf dem rechten Arm. Weg hoch. Auf dem rechten Arm. Hallo. Nate, Tunnel, unten, Fenster, oder wann? Ja, Logan. Logan sagt er A. Ich hab einen... hinter dir. Ich hab einen Nate und eine CZ. Ich hab einen Bot. Ja, zu spät für Colin. Geht einfach los, Alter. Wir gehen alle B. Der blockt ja mich. Bot. Und eine Nade, Alter. Die war hart. Ne, meine App war hinterher, so. Durch. Moonst du? Ich hab kurz. Ja, gut, das ist schon durch. Jetzt bin ich tot. Kurz von einer. Der ist ja schon durch. Ich hab's dir gesagt, Monster durch. Na, da war der aber schon oben. Kann ich nicht verstehen. Wer von euch hat unten geguckt? Wer von euch war unten, Monster, und hat gekocht? Ich nicht. Ich? Und ist mit den Worten weggerannt. Nein, Nate hat ja nicht den Schaden gemacht. Ich? Wann ist es nicht meine Nade war? Meine Nade? Das war den... Du bist weg, in dem Moment von 4 Jahren raus. Das war so was als Nate auf mich. Deswegen bin ich abgehauen. Place. Dann sag doch, dass da was kommt. Das wussten doch alle. Oh, jeder hat gesagt. Ich hab's gesagt. Dann hab ich keine Chance. Dann hab ich geflasht. Dann war der blind. Dann hab ich schon nochmal gesagt. Dann hab ich schon eh nach vor mir. Come on. Okay. Dann hab ich ihn kurz getötet. Das ist schön für den kurz. Das hat interessiert mich. Der kurz. Ah, kurz. Ich geh hier hin und mach den mal. So macht man das nämlich. Fuck. Kommt da was? Ja. Die checken mich nicht. Die checken mich nicht. Warte weiter. Fuck. Die checken mich. Ich schon. Noch einer aufs gut. Ja, 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 ja. Super low, ey. Ich hab noch einer. Ich hab noch einer. Sechs Schoß. Sechs Schoß. Oh Gott. Maybe they rotate? Ich brauche eine Waffe, Alter. Bleib da. Äh. Rotate. Connector. Oh oh. Drei Schoß, Alter. Drei Schoß. Drei Schoß. Jetzt hab ich nichts mehr. Fuck. Aha, der kommt ja links von dir. Ich will kosten. Dein Typ macht ja alle. Yellow, can you help please? Der steht da in der Ecke und guckt die Wand an. Ich krieg Kopfschmerzen. Der Rotate? Ja, die schieben doch. Trotzdem hat er ja die Radianus-Türmacht. Der stand nur im Wasser. Wird's da bleiben sollen. Ich spie, ich spie. B ist Mob. Soll nicht sterben. Ich dachte mir das. Ha! Vorbei. Einer ist links davon. Fuck. Ich weiß nicht, ob er unten reingegangen ist oder rechts da noch steht. Uh. 20 Sekunden. Geh einfach aus dem drücken. Ah, okay. Hat schon gelegt, schade. Die haben keinen der. Mhm. Ich sag hinten links. Ah. Ich sag hinten links. Obwohl, wenn er hier gelegt hat. Shot. Läuft. Seht mal, wenn der Gegner auch noch reagiert. Nice. Well played, man. Und sich grad am Bart kratzt. Mhm. Jetzt muss ich von eh weg rutschen. Mhm. Man kennt ihn dafür. Nee, das ist nicht eh weg rutschen. Du musst einfach aus die Windows-Taste einmal drücken. Das ist viel besser, weil da kommst du ja nämlich nicht so schnell wieder hin. Der Jude, Alter. Ja, aber vielleicht wird der während dem ja eh gehalten. Connector oder nicht Connector. Also hält der dann oben hin und auch nicht. Oder was? Ja, was? Guck jetzt mal nach wo sie hinkommen. Ich hab da A oder A oder B. Ich gehe jetzt erstmal B. Ja, ich guck B. Okay. Da wird jetzt geflasht und dann wird er rasiert. Ach, du willst unten geflasht oder was? X-Moke? No. Oh, da war was. Slash in. Ich stelle mich auf die Röhrchen. Geil, Monster. Hab ich aber kassiert. Warte mal. Musste auf jeden Fall Kurz haben. Oh, blau war nicht so gut. Blau ist doof. Warum hat der da durch? Mhm. Ja. Hast du denn eine Granate? Feuer oder sowas? Feuer hab ich. Würde ich aber jetzt auf Monster schmeißen. Kannst du Kurz werfen? Nee, eigentlich... Warte, da kommt die Monster. Oh, da kommt die Tür. Ich komme. Kurz ist hier umgedeckt? Ja. Ich gucke kurz. Ich gucke kurz. Was nachdenken? Ich auch. Direkt zu dem Nachladen immer. Ich gucke noch 12. Hast du ne Flash? Dann gehe ich kurz rum. Ja, ich flasche kurz. Flasche rüber? Raus. Schau rein. Connector. 12, mach keinen Scheiß. Nein! Er hat nichts mehr. Er hat nichts mehr. Connector. Könnt ihr doch nicht so rennen. Dann wäre ich alleine. Alter, 115 in 10. Ist da alle gekommen. Ich habe alle 4 gesehen. 115 in 10. Aber ich hoffe dann richtig, richtig. 8 in 1. 29 in 1. 5. 7 in 4. 76 in 9. 76 in 9. 115 in 10. 64 in 3. Ich hab ne ECO. Das ist alles was oberen. Ich geh wieder. Sniper cool. Wolltest du die warten da jetzt? Gibt's ne Smoke oder anders? Ey, wie mich blau antwort. Bitte durchgehend. Flasche rüber. Ja. Collector. Warte. Flasche komm. Nein! Ich geh kurz. Das geht im Sack checken. Oh, die Tür ist offen. Oh, ich bin so krass. Ich hab durchs Fenster in Molle draufgeworfen. Der Sack ist sauber. Das waren gerade so richtig krasse Schüsse. Ich glaube A ist gelb. Das machen wir auch jetzt mit Bande. Oh, ob das das wird? Oh, oder was? Der ist noch hinten. Ja, mein ich ja auch. Oh fuck, ich kann nicht durchs Feuer kommen. Ah, der ist natürlich aber oben. Wann ist er. Wir sind durch. Hm. Kann man von hinten kommen? Einer schon aufs Kopf? Er kommt links. Er kommt links. Safe, links. Oh, oh, oh. Ich geh Balloons. Was? Muss ich vom B aufpassen? Noch nicht, ja? Alles voll. Du machst links, ich mach... Ich muss nachhören. Okay. Ich seh nicht rechts von mir. Alles? Ah, okay. Okay, okay. Fuck. Hinterher, hinterher. Geh nach hinten weg. Der muss die Bombe nehmen und auf dem Spotland. Dabei. Geh weg. Genau, okay. Der wird nicht die Bombe nehmen und durchrennen. Glaube ich nicht. Du musst wahrscheinlich jetzt los springen. Du musst wahrscheinlich jetzt los springen. Nicht auf die eine Sekunde rumschieben. Bitte? Mir geht blau schon wieder auf die A. Der rennt ja immer durch und nimmt das A auf. Dann bleib doch hinten einfach auf A. Geh lang. Wenn er durchgerannt ist, gehst du auf den Spot. Nee, lang war ja mein Mate. Du musst ja nur nach hinten verschieben. Lang war ja mein Mate. Dann gehst du auf den Spot und springst hinter der Kiste hoch durch sie kommen. Ich hab da nochmal nach oben. Ich hab da noch immer nach oben. Ja, ne gut. Da kam er ja dann links, rechts. Kurz pusten? Soll ich nicht kurz pusten? Ah, fuck. Ich bin ein Dinges und geguckt. Ah, ich bin auch schon. Smoke rein. Ich hab schon kurz gesmoked. Ich hab Smoke und Monster. Vielleicht noch Monster? Ja. Ich hab gleich einen Molo. Warte, aber ich schmeiß mal eine Nade hinter der Sandsäcke. Hast du auch einen? Da ist ein ganz kleines Gap. Da hab ich durchgefunden. Da ist nix irgendwie hoffen. Ich wollte mich einen Molo hinschmeißen. Smoke fadet. Ein Monster. Kontakt bei Alain. Alain. Schiebe. Ich geh auf Alain. Helo. Helo. Tschuldo. Scheiße, schiebe auch. 3 gegen 4. Ich geh aber auf Alain. Oh, die sind close. Wir sind drauf. Feuer auf Spot. Feuer auf Spot. Lange einer. Einer kommt Mitte hoch. Komm, einer boost. Einer noch lang. One is wrong. Scheiße, da kann ich nicht übergucken. Da ist so ne blöde Dupe. Lange kommt. Lange kommt. B ist offen, ne? Schöne. 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 Lange und vor. Schöne. Unten steppt dann der Connector. Richtung B. Oder Mitte. Lang. Letzter. Don't push. Okay, das war der letzte B. Safe. Das war der letzte B. Ich dachte, dass der durchrennt und versuche noch zu legen. Deswegen habe ich ganz schnell verschoben. Schöne. Schöne. Ehm, kurz, dieses Mal nen Boost. Boost? Hmm, vielleicht bin ich falsch gelaufen. Ich boost dich, ich boost dich. Ja, komm mit Wunderthard. Lange mit smoke. Okay, dann nicht. Achso. Kurs, komm. Ich mach mal nicht auf. Was ist das? Was ist das? Hinter, hinten noch, hinten noch, hinten noch, ja, ja, ja Sie schießen gleich Sehr schön Sehr schön Ich flash kurz Also, connector Ich geh nicht One is strong Ja, langflaschen müssen wir nicht Weck einer Noch einer kurz Hinter Standbacks, hinter Standbacks Wieso, hier zwei, hier hat Zwei Stück, zwei Stück Standbacks Scheiße Kurz kommt Ist ruhig einer durch Ich war doch drauf, 66 in 3 auf Spot Und Zeit Am Piller, am Piller Am Piller Was ist das? Was ist das? Der Typ rennt mit dem Messer auf den Gegner zu Warum? Der hat ja einer von gemessert War die ganze Zeit hinter dem einen Ich hab ihn in den Zug geguckt Ja, aber der andere doch nicht Na, der... Der eine hat einen Lifekill gemacht Oh Schau mal oben Herr Bock, komm mal mit unten lang Runden lang, du guckst Monster oben Was? Du läppst oben, oder? Komm mit, wir gehen kurz Monster frei Nichts, nichts, nichts Monster frei I think it's A Oh, da ist einer Connector Wie ist es? Fertig Fertig Was ist das? Was ist der Tableto? Laying down, smoke 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 Oh, schieß doch nicht Be careful, guys Hey, it's open Nee, nee, wir sind auf A durch Wommelito Oh, er steppt, ich glaub er steppt Spielplatz Playground Deploying Flashbang Flashbang Flowing Flashbang Flowing Flashbang Flowing Flashbang Flowing Flashbang Flowing Flashbang Flowing Flashbang Wow, Schock Half-HP Hehehe, hab ich's gesehen Ich hab' nicht, dass du schon wieder so weit hochkriegst Ah, fuck Jetzt kann ich den Refrag nicht machen Dann bist du langsam Deswegen Du rennst du einfach los In der Spielplatz Jetzt kommst du doch da hoch Dann weiß ich nicht, warum man unten sitzt Du rennst du einfach los Dann musst du die Ey, ich bin zu grad dreimal von der Leiter runter gesprungen Um zu gucken, ob er da ist Hallo Give me a BB We got this Ich hab nur Piste, ich gelang durch Ich hab' zwei mal Flächen für mich lang Nur erst mal Flächen gegen Flächen Ja Ich hab's mal 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 Das ist der Schot Das ist der Schot Dann stand einfach hier Ich hab's mal getroffen Ich habe einen AWP hier Ich bin zu weit vorne, ich bin zu kurz wie sieht Oh fuck, ich bin gerade an, Alter Einer von Monster Monster könnte kommen Monster könnte kommen Monster kommt nicht runter, deswegen Zwei kurz, zwei kurz Wer hat schon einer Spot? Aber dieser erste Schuss, weißt du? Wann Was macht denn der Paragengibler da? Ich hab die Kopfschmerzen, wenn ich so weit wäre Braucht mein Doppelblumenrennen Sorry, mehr konnte ich nicht machen Ich hab eine ECO, ich kann nicht mehr kochen Obwohl, in Christoph kann ich schon kochen Kochen und flaschen, dann können wir durchgehen oder so Oh, er war gerade Smoke perfekt Da war auch Smoke für die langen Runden durch den Monster Oh Gott, durch den Ich fliege überall, aber nicht da Kitty Kitty flasht, dass wir da durchkommen Wenn du da bist Oh, komm mal Ich fällst selber hier Smoke Cool, da war weiter Ich geh nicht mit Okay Trau dich, ich bin durch Quatsch Wunder, die waren gelte Kotsch, deswegen Die müssen los sein Ja Läng mal ab kurz, man Hat sich was Riesen, du musst nur rumfahren Solltest du nicht kurz retten, du sollst nur rumfahren Too long, too long, too long, bomb long A long, yeah Go bank, go bank, go bank One is toilet Verwild der Herrmann Noch einer lang? Ja Ich bin bekannt Gute Habe ich Schön gemacht Aber? Na ne, komm, kannst du mitnehmen Ich würd's ja nehmen Außer du willst du nicht, danke Ich hier sniper nach so Das wird schnell weh, jetzt wo sie wieder kasselt sind Ja, ich bleib diesmal oben Okay, dann gehen wir runter Kann man bleiben auch oben Mach kurz Sehr schön Wohin, Monster, coming Kurz durch Auch, einer durch Nice Der wird ein Monster hinter Monster T-Spawn, es ist ja. Waren die blind bei dir? Meine waren nicht blind. Ich glaube auch meine zweite Flash war scheiß. Ich glaube die habe ich so in die Ecke gerufen, dass sie gleich Eisfaltwinkel wieder zurückgekommen ist. Aber sie standen halt alle im Tunnel. Dann war das noch ganz praktisch. Der letzte war ein bisschen weit hinten. Boost auf kurz? Ich glaube mit A wird sie wohl glossen. Aber noch nicht. Wir haben einen... Schauen wir mal an den Blumen. Connecte, connecte. Da wird er einen schießen. Wir schauen, ob es nackt ist. Da ist ein etwas zu connecten. Ich schiebe auf A. Oh fuck Ich schiebe auch auf A T-Bank hinten Ich flashe raus Scheiße, ich bin close Fangen seh ich nix Okay, hier war's Geh, guck hier schon B Doilettenstipp was Ne, da hin Grenade out Der kommt hoch Ich lass durchlaufen Das ist uncool Hast du lang Er kommt hoch, er kommt hoch, er kommt hoch Ich geh zurück Wie lang hast du Wie lang hast du Ja Flashbang Ah Fuck, er kriegt noch weiter Oh 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 Der muss raufrennen und die Bombe nehmen Kannste eigentlich direkt schon safen gehen Der wird nicht kommen Der wird nicht raufrennen Stell dich nach rechts ans Eck oder so Der wird nicht kommen Ich hab da extra eine Flash geworfen Ich hab In dem Augenblick wo ein Molotow mich kam Hab ich schon Augenblicklich davon Eine Stroke nach oben an die Decke geworfen Und genau gleichzeitig Beides explodiert Du hörst, er ist lang Machst Popflash und rum Aber dann hat er doch noch geschafft Und die Flash halt nicht weit genug Er stand halt ultra weit weg An der Ecke Also hab ich dann auch mitgelegt Der kommt nach vorne Geld Müsste ich mir was legen, Herr Rock Ich versuche es mal mit der Aave reinzupficken Ich steh ganz hinten also Der ist dauert ein wenig Ich smoke kurz ab Schlesche kurz B nichts B ist gar nichts Slaps auch nicht B? Nein Connector Machst du einen Boost Oder willst du denn eigentlich gucken? Kannst mal boosten Wo ist denn der? Mach da Aber muss auf Höhe der Lampe Was muss man? Wenn du da rüber guckst Musst auf Höhe der Lampe ballern Wenn du ganz tief rein Den Connector ballern willst Ich komm's rein Hier Blau muss man einen Drop haben Ok hat erledigt Hat sie erledigt Hat sie erledigt Jetzt liegt da oben eine M4 Falls ich Ja Wenn du benötigst Hab ich da nicht Eine Smoke auf dem Spot Monster ist frei Okay Eine hier kurz Das ist alles cool Ne ich hab kurz Der Smoke ist okay Der kommt aber ein Mono da hin Sowas von Ja die sind vor kurz Kurz ist keiner Hat einer eine Smoke auf dem Spot Hat einer eine Smoke auf dem Spot Ne Gerade verworten Grenade up Der liegt ja vorher überhaupt Warte ich vielleicht kurz Uh da hat einer mal eine Net up gekriegt Aber sowas von ne Nein Kurz einer ne Aber nach hinten mal Aber so guckt er nicht kurz So guckt er von oben kurz So guckt er von oben kurz Sieht den erst sehr spät Einer hat das Scout von denen Einer ist lang Lang Richtung A Ja Mate wird nur mehr Lang wollen Gut hat sich erledigt Oh fuck Lang Lang Ach shit Na sauber Ja LKW durch Ich weiß nicht ob er einen hat Sp- äh LKW Ne Spot Warte auf der Mate der lang kommt Sneak Gut Job Ach das ist nämlich so hart zu kommen Ne die sind nur ran Ja aber siehst du die rennen immer Die rennen immer Die rennen immer A Toiletten durch Weil der Typ einfach durchrascht Ne der lässt vorbeilaufen Und versucht zu messern Ja das ist mir scheißegal Was er machen soll Aber ich bin jetzt schon dreimal Wegen dem Typen hier verloren Willst du pieken? Jo Der grinde jetzt Mit seiner Arbe hin und wieder Ich vielleicht für dich Ja Deploying Nichts Ich hab keinen Bock auf das Spiel sag ich Ja Ich glaub ich hab auch wenn du auf die Rehling springst Vorne kannst du Eventuell unten reinkommen Ich Genau Connect 2A 2A Ok A Schiebe Connect aber was Können schon durch sein Ich Flasht Toiletten Klicken sehr dicht Flashbang! Lay down smoke! Shit! Noch einer! Rot, RKB! Uh, lang! Ich glaub der hat mich gesehen Aber... Es sind zwei noch Ja, ja Gucken alle nur lang, okay? Deswegen, genau deswegen Stellt euch so hin, dass wenn der lang vorne ist, ich euch nicht töten kann Hinter uns aufpassen Einer hat Hit! Du bist alleine, ne? Verletten Ich weiß nicht wo ich bin Aber hat Hit Aber hat ein Kreuz Sauber Jetzt so bekannt Was ist denn mit Hit? Ja, der Na, genau Bank raus Er steht genau so, dass ich auf dich hätte schießen müssen Jetzt hör doch immer Ein Richtung lang Der muss die Bombe nur nehmen und legen Der wird diesmal durchlegen Es ist uncool wenn er da liegt Macht er nicht Und dann kann man durchgucken, ne? Und dann kann man durchgucken, ne? Kannst du auch Hitten unten durch Sehr schön Good job! Er kommt Bank raus, ich guck die ganze Zeit Richtung Bank Ich hab die ganze Zeit gedacht, irgendwie die Einzelne Ach, wo hat er dich verarscht? Er hat dich verarscht Er hat einen Tocke, den nicht gescheckt war, ne? Hinter uns Doch, ich hab ja da hinten geguckt, aber ich hab noch zu Ich hab zu Sterse geguckt, weil Bank Wo hast du ja dann den Weg? Ja, hätte man sich als Gedubter so noch nach hinten sitzen Weil in dem Moment halt mich gedubt und gewartet, dass du stirbst Kann der M4 nochmal legen, ja ne? Ich hab scheiße, ich hab keine Fläche, ich wollte Code zu nehmen Aber ich, ich kann, ich kann Kannst du Code zu nehmen? Ja, ich kann die Flaschen Die Flaschen auch Ich kann auch Code zu nehmen Die Flaschen auch Du hast ja gegen das Schild, ne? Pass auf, kommt Jetzt? Pass mal auf, mein Feuer geht jetzt ins Fenster Oh, der kann zu hoch Aber die NATO hat drin Ich hab mal Krips noch, was ich jetzt Warte mal, ich komm mal hin Ich glaube, ich stimme nicht viel hin Die sind da, die sind da, die sind da Ja, die sind nach hinten Ja, die sind, äh, warte, warte, warte Na wo, die können auch zurück schieben Connect da Ja, ich stehe trotzdem drauf Ich bin ja, dann... Ich höre Wasser Ich guck, ich guck Monster, ne? Ich guck, ich guck Monster, ne? Ja, ich guck Connect da Ich guck, ich guck Monster, ne? Ja, ich guck Connect da Alles cool Ich glaub, das wird Schiebe Hey Du hattest von hinten mit einer Ase Sauber Oh, shiddly diddly Bist du aber bekannt, ne? Ja, deswegen renne ich jetzt woanders hin Hinterseil Ah, ich wusste es, am Truck ganz links Ganz links an der Wand Copy Hat er Er zauber kann Die Hörber drüben Mach sowas nicht Schade Mach doch nicht sowas Na ja, muss ich ja Ob das ja nicht mehr ist Ich war doch noch nicht bereit Ich wollte auch noch nicht alle Ecken abschicken Aber er hätte auch lang sein können Oder kurz sein können Ja, ich wollte noch kurz gucken Ich hab ja kurz gehabt Kurz und knapp die Wandlung vorbereitet Du musst ja rüberflicken, ne? Ja, hätt ich gemacht So, wir gehen B, ne? Ich hab ne Flash Wer blind ist, ist selber schuld Ich hab nen Decoy Wer es hört Ist auch selber schuld Ja Da wird's nicht auf Kopfhörer werden Weißte Popflash, ne? Kommt Ist raus Geh Gas Ich bin blind Was ist da los? Na schön Na schön Du ich dir ist im Wasser noch Ich kann Na schön Und jetzt legen Ich bin blind Oh kurz Einer kurz aufpassen Kurz Ich lebe so, dass du mich gar nicht sieht Oh, mehr ist B, ne? Unten kann er nicht kommen Der kann oben kommen Oben ist nach Er ist oben Ich hab nicht stehen Beide oben Two Heavens, two Heavens Last Heavens Ah, nicht den Headshot kassieren Dann geht's nämlich los Muscle Genau Genau Auch immer Und der fuck, ich war doch schon rum Oh, jetzt kommt er unten Oh, jetzt kommt er unten Oh, jetzt kommt er unten Der ist low Ich hab im Minus 18 angetan Ah, dicken Standbild eben Was? Bei mir startest du doch an der Ecke Das hauen wir weg Mal die Action So, da bin ich getroffen Viel 20 in 2 Und 18 in 2 So, hier im Mech Was ist denn da los? Alter Mechrush Watt Mech, da gibt's die Autoschrotze Da gibt's die Mech Wo willst du denn hin? Was ist der Hellbock? Ja, lang Lang mit der Mech, ja Kennst du das? Nee, easy Ich smoke jetzt mal von hier Einen kurzen B Ja, smoke doch Achso, Nade Ich hab vergessen Ja, nicht schubsen Nade Man hat mich geschubft beim Werfen Da noch ein Der Flash, Alter Ich weiß nicht Ich seh nix Ich war so blind Ich bin immer drauf gehalten Du bist immer blind Der Neue der, ja Nur, keine Ahnung Wo er war Wo er drauf gehalten So, Ruf, Legen Ja, eh Ende, Elende Uh, da ist der seiner Na, Scout Und einer ist, äh, Truck Echt krass, hier ist schon wieder Wie gesagt, der Bank Jaja, da ist in der Small Uh, der Medley Geht einfach B Geht einfach B Geht einfach B Geht einfach B Rechts durch Geht einfach runter Und D Und Das hast du alle Zeit der Welt Der andere ist nämlich auch noch da Ja, genau Geht einfach Monster Geht einfach Monster Geht einfach Monster Wieder hoch? Ne, da musst du jetzt einfach durch Durch den Sch... Naja, obwohl dann Wenn das entgegen war So, jetzt pass auf Jetzt Oh, ich wär Graffiti gegangen Hallo Kill him Oh, mein Bier Das ist aber auch gut Das der nicht in seine Deckung geblieben ist Ja, ja Weil den Kopf hättest du dich getroffen Warum? Ja, hab ich mich getroffen Guck mal, fünf Leute Fünf Leute angeschossen Ich hab mich sogar selber getroffen Ich hab mich sogar selber getroffen Ich hab mich sogar selber getroffen Gleich in den ersten Sekunden Guck mal, ich hab schon sechs Assists Helf in Eilen Temp ist die Hervor Weil du mich beim HE werfen nach links geschoben hast HE werfen weg geschoben Ich bin schon durch Guck mal, ich bin schon durch Er ist schon down Flush B Ist das denn wehen? Oh, da wirds Ja, ich schieß doch nicht mehr Na das ist ein Decoy Ich glaub ich in die Und so mit dem AK sollte ich vielleicht nicht hin Kitty macht's Ich hab da direkt in die Fresse gekriegt, da hab ich nur die Birne rausgerückt, 107 in 1. Das glotzt er mich einfach so an. Gefliegt ins Krimseck und warten? Dann Krims mal. Ja, dann werd ich mal rumkrimmen. Ich mach mal ne Smoke auf B, dann denken die, wir kommen dann. Das ist super, dein Sensor ohne ganz sicher sein, dass was kurz vor B ist. Ja, natürlich. Wenn schon, denn schon. Ich hab von irgendwo kassiert. Das ist lächerlich, kurz. Er hat auf dich geschossen, er hat mich hier getroffen. Ne, es ist der da unten. Ah, okay, alles cool. 27 in 1. Kurz hat ne AK. Geht das auch mit einer Flasche, wenn ich da so in Richtung, wenn ich mit deinem B flaschen? Ja, warum nicht? Ja, warum kannst du flaschen? Das dachte ich nämlich auch gerade. Das ist schwierig. Der geht da durch. Das hat's erledigt. Topsick, pass auf, der will die Ava haben. Der will die Ava haben. Der rechte Ava hat er sie genommen. Ne, 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 ne. Doch, hast du ja gesehen. Mit E hat er sie gepickt. Ist hier vorne rechts? Ne, die lag doch vorne links. Come on, Ray. Come on, Ray. Ray clear. Very clear. Go away. Schmeiß ihn ab. Da wird keiner mehr hinter stehen. Ne, 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 ne. Ich krieg da auch. Ich krieg da auch. Ich krieg da auch. Ich krieg da auch. Ich krieg da auch mit einer Waffe rumher. Ray clear. Neben ist deine Kunst, ne? Ja. Fick. Oh, mein Gott. Das ist ein Gehts. Einer ist Toxic. Oh, mein Gott. Das ist immer der Kraft. Ne, ey. Oh, er hat ihn beinahe gekriegt. Also, Mait redt jetzt einfach knallhart durch auf A. Das ist gut. Und damit macht er das. Einer ist von Nektar. 4 round. Eigentlich kann er nur legen. Ich weiß aber nicht wo. Das ist super. Jetzt können sie selber Messer nehmen. Oh, jetzt wird er noch vom Connector aus getötet. Jetzt ist er nervös. Jups. Ah, muss ich mal vom Connector aus. Ja, aber er war nervös. Ich muss es so machen. Ja, Bibi, was hast du hier gemacht? Das hat die Gewür nicht gemacht. Du bist der erste, der gestorben ist. Ich wollte ins Krimseck. Ja, der Eker. War eine Dummie. Hat ja nicht geklappt. Mit seinem Krimseck. Ja, ich war auch doof. Ich bin nicht ins Krimseck durchgeschichten, sondern ich habe dann geaimt. Eieieieieieieiei. Ich muss es ankommen lassen. Willst du durch irgendwo? Ja. Wo? Oh, aber schon lang. Okay, dann mache ich dir eine Flop-Flash. Die kommt richtig gut, sage ich dir. Komm, 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 komm. Warte, du bist ein Stück weit nach vorne. Ja, genau. Beste Flash, so. Das war seine Smoke. Die war meine. War deine? Keiner? Lang. Hat nen Held. Es liegt mal vor. Ich bin mal nur hoch, guck mal. Hab ihn. Habe? Wie weit war denn der weg? Warte, hier ist einer mit dem Toiletten. Linke Seite Klo. Linke Seite, komm zurückgelaufen. Den smoke ich jetzt ab. Komm hier mal. Ah, der hat vorm Connector. Habe ich. Danke. Auf dem Spot noch einer? Hm. Oh Gott, ich guck auf die Karte, ich guck auf die Karte. Einer auf Spot, einer lang. Er war rechts am LKW. Ah, kommt da. Kannst du save, würde ich mal sagen. No, save schon. Da ist er. Nicht hier zu uns. Was tut da nicht so viel? Klan hat ignoriert, dann einfach hier die Jank. Ja. Ja. Weil du quatsch. Immer wenn du quatschst, mein Gott, dumme. Merkst du was? Immer was dumme. Ja, weil du ja nur quatschst. Big Flash Monster. Alles klar. Komm ich mit. Immer ein Molotow, äh, eine Smoke gegen Molotow. Nee, das ist immer nur eine Flash und ein CZ gilt. Das ist immer nur eins vorbei. Lauf mal rechts, lauf mal rechts. Lauf mal rechts, lauf mal rechts. Danke. Das hat sich erlohnt. Um, um, um. Um, packen. Kommt rein. Und er geht und hat die Tretter um die Ecke. Ja, ist okay. Ja, ist okay. Mit den anderen beiden habe ich einen riesen Schreckenhallen gejagt. So. Alles war reich. Alles war reich. Pass mal auf, das ist eine Quatsch-Tante. Und die habe ich bestimmt noch geflasht. Was haben wir jetzt? Jetzt ist er hier, er tötet jetzt. Er holt die Runde. Da ist noch einer. Schmarrer. Schmarrer. Richtig gute Idee. Dope Idee. Und dann lautstark runter. Hier links durch die Wand. Durch die Wand. Schmarrer. Schmarrer. Hätte er ihn nicht verzogen, hätte er getroffen. Auch ne Eko, oder? Ja, noch ne Eko. Dann kaufe ich mir ne Deagle. Wisst du was? Kauf mal ne HE. Meinst du, wenn wir kurz einen nehmen, dass wir HE auf oben auf den Dings schmeißen könnten? Auf den, ähm, obwohl wir keinen Schaden machen. Oben, Window, nicht Window. Weißt schon, Snipernest. Nein, weißt du was meins. Dass wir den wegbomben können? Nee, das reicht nicht. Ich flach erstmal lang. Aber ein bisschen kurz vorgehen, kann man da reinschmeißen. Flash B. B flasht. Ich nade von hier. Also wir wollen seine Window nacken. Nate ist raus, Revin. Uh, Wasser. Kurz. Toxic. Ich hab eine Nade geworfen. Ich auch. Eins in eins. Ilk hat mir getroffen. Echt? Zwei in drei zählen. Also wenn der mit dem Komma, der ist bestimmt die Awe. Eins in eins. Ja, das war die Awe. Jetzt bist du in die Tee. Was ist denn für das Problem? Wie du werfen solltest. Sag ich, in Heaven. Was? Aber da kannst du ja nicht hinwerfen in Heaven. Natürlich. Von hier hast du da rüberwerfen können. Aber nicht tief genug hin. Ja, aber da musst du ja eh rumwerfen. Jetzt sind hochwerfen. Das ist doch so. Nee, nicht wenn du so ein bisschen Sanddecke vorgehst. Aber der hat mich vom Wasser getroffen, als ich werfen wollte. Du bist ja auch doof. Mich hat er nicht getroffen. So viel dazu. Natürlich. Was soll ich denn sagen? Wasser. Naja, Wasser hab ich nicht. Ich hab gesagt, da ist ihn. Aber der hat mir nicht getroffen. Jetzt mal die Klappe halten. Jetzt will ich den ersten Track machen. Da bin ich gespannt. Ich komme mit dem, ich habe. Ich komme mit dem, ich habe. Ich komme mit dem, ich habe. Ah, der Tür ist mocht. Oh, was? Lang könnte einer kommen. Hab ich. Der kommt wundervoll, zweit nicht lang. Ja, aber das ist keiner, guck mit da. Guckbar mit, ich schick mal, aber das ist keiner, wenn ich nicht lang. Die Flasbank, die Flasbank, die Flasbank, die Flasbank, die Flasbank, ist nicht lang. Und ich habe das, keine Flasbank. Die kommen nicht, du bist auch schon lange durch Toiletten, einer Wo eine? Toiletten drinne Linke Seite, hab ihn Noch einer Toiletten, linke Seite Hat mich Ah, das war zu... Ah, nee, hat er nicht, wenn er ein Farmas Da sind immer noch Toiletten drin, die Grünen Verschieb auf Baum Bestimmt lang, oder was? Naja, der müsste zu lassen drin sein, nicht lang Hab ihn! Doch, der war ja Geht mit B? Wir haben 18 Sekunden, wir müssen was machen Einer ist, einer ist Frank Oh, der hat getroffen Toilby Oh, der hat getroffen Truck Ja, er haut ab Truck, du musst ihn töten Der rennt weg Der rennt weg Der rennt weg Der rennt weg Der Pagen Ich smoke dann, oben ist Heaven Ah, die Rifter am abger Flash Smoke ist raus Smoke ist raus, smoke Smoke ist raus, smoke Oh, meiner? Oh, nein, Heaven Heaven smoke Don't keep the window Zwei kommen von unten Zwei kommen von unten Zwei kommen von unten, zieht dich Ich hab noch Stress gemacht hier durchs Holz Ich hab noch Stress gemacht hier durchs Holz Boah, wenn ich sie so mit der Scout oder wie ich die Fall sehe, krieg Kopfschmerzen Damn Bam, hat der eine dicke fette Beißen bekommen Ah, so nämlich Ich mache die Dunier in deinem Leeren dazu Irgendwann, gleich nächste Runde Natürlich Na gut, die waren ja alle High Rank hier Wie soll man denn da irgendwas reißen? Meine Rede Du, du hättest viel weiter rum Du warst einen Punkt mehr als Mr.Scout Und der war kacke Ne, der war schon ganz gut Wenn man sich das genau anguckt, wie er spielt Und genau analysiert, dann merkt man Der Typ will sehr gerne in der letzten Sekunde Du könnt mal starten Ich bin mal eben Venti-Prop holen Venti-Prop? Keine Ahnung Keine Ahnung Seine Medizin wieder Ich geh dann nachher auf Klo Sobald ich hier auf Rally gedrückt hab Da ist ein Bier Da ist ein Bier Das ist soo Ich mache das Klo Ich mache das Klo Ich mache das Klo Das ist soo Ich mache ihn Da ist soo Ich mache ihn Traktor da. Da bin ich wieder. Jojo. Wollen wir auf Risiko spielen? Wollen wir auf Risiko spielen? Wollen wir auf Risiko spielen? Alle 3 holen eine HE und schmeißen B in den Tunnel. B in den Tunnel? Direkt in den Tunnel und darauf hoffen, dass ihr B kauft. Machen wir. Das ist kein Risiko dabei, geht das mal, wenn ich lebe. Geht du alleine, aber das ist ja dann kein Verlust, wenn du stirbst. Aber wenn wir 3 das machen! Außer du sagst, die sind da angegangen! Flasche? Was deine? Das war meine. Das war meine. One's down. Gut. Ich gehe einfach schon. Das ist natürlich scheiße. Ja, hätte das sein können. Mhm. Ich? Ja, du. Nö, du. Was machen denn die da? Die müssen alle lang sein. Was heißt? Von Hintern? Dante, du. Guck. Du. B Launch. Beide, du. B Launch. B Launch. B Launch. Ich geb ihm die. Ich treffe ihn doch noch. Ja. B Launcher. Was war denn das, wenn du vielleicht der Ansage greifst von den Leuten? Was war denn da? Was hab ich denn da waren da? Ich hab da auf einer Ansage? Ja, die haben ja keiner gemacht. Ich hab erst gesagt, dass ihr A jeden. Ich war da zwölfmal drauf, ja. Das Satz mit X, das war nix. Ich geh kurz durch und der Typ guckt mich kurz immer noch an. Willst du bitte hoch? Ja, ich werde jetzt wieder flashen. Ja, ja, ja. Aber bitte nicht blocken, ich muss da fix durch. Ich will Tunnel rein. Lass mal Tunnel pushen, Hervor. Einer ist der Todesgang. Der Bot. Ich gleich Tunnel, ich gleich Tunnel, ich gleich Tunnel. Tunnel fest. Tunnel sauber. Ne, kurz, kurz. Ne, short. Ne, long. Lang. Der Bot, oder was hast du gesagt? Nein. Einer ist noch. Ich geh mal auf Protesterhauen. Krieg ich lang? Ja. Diese Waffe, ich hasse sie. 9, 10, 3. Nein, noch viel mehr. Die ist so lang. 9, 10, 3. Ne, der ist rechts nicht, der ist nicht im Hebel. 9, 10, 3. Gobi entheize. Hm. Nicht alle eins hinter dem Rennen. Nur mal eins hinter den Rennen. Nur mal eins hin drinnen. Ich hab irgendwas.. Ah, oder so. Wää? Wo war'n der? Nach oben? Ich hab grad weggeschaltet. Ich hab nur gesehen, dass er aufgeguckt hat, und dann waren Headshots. So, HE kaufen, ist klar, jetzt kommen die B. Das geht wieder auf meine B-Position. Und du kannst das Schrot kaufen. Ne, ich kaufe Hammers eher mehr. Da liegt der M4, da liegt der M4, wer auch immer sie hat. Da, oh. Warte mal, die kriegt er sich. Das war jetzt geklappt, und da wollen wir schön, äh, zu am Ziel von dem Flugzeug gesponnen hat, man kennt ihn. Einer war da gerade. Ops. Ah, M4, das ist rechts und links. Ne, ich geh da nicht durch, ich hab einen M4 zu verlieren. Mitte unten, Dabbeldruck. Die bleiben da einfach drauf, ne? Da haben wir Toren. Ah, Mitte oben, hat der... Ah, aber... End. Joint, Short. Seh noch hier Feuer drauf. Be careful, Short. Orange. Durch. 2 durch, 2 durch. Too late Info, guys. Too late. We sailed early. Spot, und kurz, kurz Aris. Down, down. Das ist Schrot. Goose. Okay. Ich hätte Farmer sein, aber das ist keine Dreckstraße. Der sagt mir too late, aber sag selber eine Frage. Da kommt nichts. 1-4, ich werd' kaufen. Ah, wie wie ein Arsch. Lass 1-4 kaufen? 1-4 kaufen wollen. Ja, das glaub ich dann. Ich hab aber 1-9. Ja, dann machst du Eco. Na genau. Du, da hast Kofi, die wir dir hält und Eco. Oh, du eben lauf hinterher, da seh ich doch eine Wange laufen. Warte, ich hab da noch voll. Der Quark. Der Quark. Ah, wer gut. 1 AP. Oh, wenn jetzt eine Nate kommt. Oh, schein. Dreck. Pappel, du musst dich aufhalten. Nicht peaken. Frag. Ja, nicht peaken. Noch einer. Nein. Wunderzeit. Die. Fox, what you're doing. Jetzt nicht peaken müssen. Wär doch. Nice. Nee, ich mein Havoc. Hat eigentlich was gemacht, aber ist gut. Der Typ nervt mich hier, alter. Der steht hier rum und guckt sich den Boden auf A an. Plateau. Nice. Das ist verdoppelung. Thanks. Dann schmeiß ich lang meine Nate. Thank you. Was macht der einen Fox nur wieder? I'm sorry. Nice. My ping, my ping. Er hat nur 118, er hat 30er Ping. Das ist Fox nur. Lung. Long Flash. Flash on B. Der geht da nicht durch, da gibt immer neues Feuer. Ja, ich mach noch ein bisschen Flammen da. Das war schon flammen gemacht. All Zeit lang. Watch the side behind the car. He's on another Flash. Keineh�. Ach için, ne! BocaHن liket! No oneية! Alte49! Wie viel Push ist er gerade? Hier unten schickt yang me PACher mehr Nee. Wir gehen lang. T governo ist lang. No one CAS! BocaHn bekle mich! Warum ngat die viagre? Jaa Ich flashe F*** Habt er Ich opfer ihn, ne? Ja, ich opfer ihn, weil es einer von hinten ist Ok, das klar Verliert er aber F*** Der war weg Schräge war, ja Hat er die Bombe? Müsste, ja, hat er Terrorist win Ach ne, die hat da vorne Und ich hab die im Schräge gesehen Echt auch So, F*** wird jetzt gemütet, der Typ macht F*** ist in Ordnung Nein, der ist kacke Nää Er ist gerade bei einer Aave rumgepeakt mit dem Nachladen Wissen Sie mich verarschen? Ich peake dann beim Nachladen auf einer Aave rum Ich hab ja von vielen keine Ahnung Aber das Ich hab ja von vielen keine Ahnung Was? Ich bin draußen langweilig Na der hat da hinten gesichert, da war ja auch noch was Was? Da war eh ein Typ Und der war halt noch Der gerade liegt lang? Keine Ahnung Ja, ich seid Oh, die Bombe liegt doch hier Bester Mann, der Fox Alter, der Typ Der SBB alleine Bester Mann Ja, der hat doch gepasst, dass er die von zwei Seiten durchgemacht wird F*** du, der hat doch ja anders auf gepasst in Mitte Der hat sich verpipst, als der Gegner kam Can you also fix your mic? Ja, ich hab alles Let's go Playing downsmoke Flashbang Point Speed Harder Smoke B Boah, guck die Mitte an Nee, mach da Nee, ist doch da Oben K, K Ah, ich glaub da war er Ich kann nicht mal liegen Ich kann nicht mal liegen Long flash Long flash Thank you Point flashbang Point flashbang Renate out Point smoke Fire in the hole Long Point fire Car Two guys, f***ing A Pi No Die Bident Die Bluenflashbang Begeblink Hier haut uns auf rein Rauschen Dann müssen noch beide sein Hast du noch ne Flash? Nee, sicher noch Ich hab noch eine Flash Da drin sitzen beide an der Reihe rein Flaschen, flashen, flashen Die Bluenflash Aaaaah Steht beide aneinander, aber ich kann nicht schieben jetzt nicht mehr zu dritt hier Pfff Deswegen wollte ich ja nach vorne Warte, wo ist ich mir nach oben? Könnte doch schon einer rotieren, um Kurs Worum liegt aber Ja So lange ist aktuell keiner mehr Okay, geht hier rum, guck mal, fahrt Au Da hab ich noch einer. Link, linke Seite. Link zum, ähm... Oh fuck, war das nicht. Jetzt tun wir mal selber das Kinner lang. Kitty, war einer lang? Ich hab keinen lang gesehen. Dann sag nur, da ist Kinner lang. Da war Kinner lang. Er ist anschließend der Hinnyang. So, ich log da rum, weil ich mir dachte, ich kann eine Billi-Jörpfe-Piezen und stehe da quasi in Unterhosen da. Kannst du in der Mitte? Nee, ich mach das drauf. Kannst du in der Mitte machen? Nee, ich wollt in der Mitte drauf. Dann hab ich eins. Er hat ne Habe. Hast du ne Habe? Ja, ich hab ne Habe. Worum geht es nicht, Plateau und Krux da hin? Na, ist vorbei. Schade! Kannst du die Platz durch. Ich schiebe mit. Durchbomb noch A. Ah, okay. Mitte Tonne, war auch noch ein. Kurz, rechts step, bitte. Die sind alle kurz, dass keiner lang durchgeht. Stunten kurz. Ja, alle sind. Die sind überall dabei, ja. Weiter gesprungen. CT. Ich hin? Nach oben noch. Nur Holz gehört, deswegen. Rechts kann man ja gar nicht hochspringen. Also war eigentlich dumm. Oh, drei könnten boben. Ich könnte, ich könnte aber anlegen. Naja, könnte ich. Mach's mal legeln, glaube ich. Ich hab mir einen Fien. Genau. Ich würde sagen direkt wieder A, direkt wieder A. Einer ist mitte unten. Und einer ist neifersport. Hat keiner geschossen? Kurz step. Kurz. Kurz vorne? Ja. Der ist Doppel Doors hier hinten. Achso, bist du. Lang. Hat einer eine Fläche? Ja. Und Zeit noch? Was ist das denn für eine Fläche? Ja. Ey, wie der immer noch da ist. Fuck you. Das ist dein Ding. Es ist einer der ersten. Aber es ist, wie alles, was Face war und immer ist. Es war bereits in diesem... Cutter Terrorist. Wien! Wie die Java mitbringst? Er hat nur eine AK. Ja, ja. BW hat man. Ich spiele die Karnaval, aber ich kann ja. Kann einer in der Mitte smoothen? Nein, ich muss selber. Dann gehe ich nämlich mit da unten und gehe die Lower-Atlas rein. Sech Zeus. Ja, nehme ich. Ja, liegt hinterher. Hab ich schon. Ich guck mit, dann kannst du die A gleich haben. Bist du Tunnel drin? Ja. Hallo, Tunnel. Jetzt B, voll B. One is Lower-Tunnel. One is Lower-Tunnel. Noch 4 Leute haben können. Die 5. dreht sich oben. Immer da. Na ja, ich hau ab. Oder? Na ja, ich habe keinen Death Kid, alles gut. Okay. und mich halt hinten blocken ist auch wieder gut dass ich nicht wegkomme was ich schieben habe oder was ich denke wir sind schon durch das ist aber gut schon oder nicht shortcoming hey ist das low lang durch oder was ich schiebe auch lang zur bombe soll ich kurz gucken ich komme zu dir einer kommt lang kiste ich meine hp ne ich habe eine abp ich stehe eigentlich ganz gut ok ich habe hinten er kommt lang er kommt lang er kommt lang er kommt reingelaufen ne ist nicht reingelaufen ja ich dachte er kommt dann fehlt er noch einen schritt aber die bombe war sowieso draußen oder ich habe keine ahnung ich bleibe reingelaufen ja die bombe sind ja die sowieso nicht ich habe nicht gerechnet dass er die nimmt und weg die ich habe das auf in eine woher in 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 Okay, ich schieb zu den anderen. Spot ist offen. In der Mitte ist unser Typ oben. Ich tippe mal darauf, dass einer schon auf dem Spot A ist. Deswegen gucke ich jetzt, ob er lang geht. Ja, Rage hat einen. Wie der da. Wie der da. Hat noch rot. Top mit, lower mit. Unten, Mitte hoch. Die unten noch. Ich sage Rage hat an. Eins? Ja. Er hat ganz komisch hingepiekt. Kommen wir hin? Eko. Eko. Ich muss mich mal kurz bitte. Langflash. Longflash. Tunnel Steps. Lower Tunnel. Oh Gott, ich treffe ihn, er hat noch 8. Kommt er? Ne. Steht. Kurz oder was? Ne, 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 er steht in der Mitte unten, der ist Lower Tunnel, 8 hat er. Top Tunnel. Scheiße. Der? Ne, der nicht. Das ist nicht rot. Ne, es ist Holti Dog. Die dritte, die Goldpoint. Ich muss gleich noch mal wieder sehen. Der ist win. Ich tippe immer drauf, es wurde gar keiner getroffen. Natürlich. Bei der Aktion. Zwei Leute getroffen. Also da war die Scheiße. Willst du in der Mitte kommen mit AWP oder wo willst du hin? Ja, in der Mitte. Okay. Du wolltest aber nicht, weil die getroffen sind. Dann gehe ich unten ans Tor, wenn du noch irgendwo willst. Hey, natürlich. Natürlich. Okay, die stehen, als ob der Ritter ist. Der eine auf sie nicht aimt, der guckt nicht mehr. Hey, kotz. Du gestoppt. Oh, der ist mit einem Molotow-Damage. Oh, der ist mit einem Molotow-Damage. Da wird dich. Du kassierst von deinem eigenen Molotow-Damage. Und drehst dich rum und du denkst, dass dich jemand anschießt. Äh. Nein. Du bist so komisch weggedreht und geschossen. Ich hab mich weggedreht um nach oben zu gucken. Oh, so. Außer man war doch da oben noch ein Kopf zu sehen. Oh, wow. By the way, if you're listening and you're wondering, uh, when all these tunes are released, we're gonna have the dates, uh, for this episode, we're gonna have the dates of release, like the year of release, uh, in the tracklist on Soundcloud, etc. Und ach, wie bei CZ? Hmm? CZ. Bruhler has kassedino, einmal hat einer Relay Вach kassedino? Krashback... Ich hab kassed dich. Du bist eine Flüte. I'm through you! Hocks, try it never me! Ich push lang mal Psst One long Four One long Endleg mal für kurz, zwei lang Long last Bgasen? Nein Ah, ich hab einen Scout, nicht BG Meine Woche hat auch einen Scout Dann mach ich alleine irgendwo was Lang kam ein Nate vorhin Ich kann ja flashen Nein, 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 nein Da geht ihr in der Selbstmord Einer B Lass doch auf den da reingehen Ach, wegen wann Einer könnte in der Mitte stehen Guck mal auf B, Tonne Oh, ist die Bomme, ne? Oh Oh, ich bin nix Einer is lower Zwei Two guys lower tunnel Be careful, Blue Two guys lower tunnel Two guys lower tunnel Der's close Aaaaaaah Lower tunnel Der muss doch schießen Der kommt rein Der hat mich getroffen Wenn der durch die Schräge hochkommt Ich hab's gesagt, da kommt ein zweiter Ja, hab er eine Nate geworfen Dann kam er hoch Dann ging zur Pistel gewechselt Aber der ist da nicht Ich hab's gesagt Ich hab's gesagt T-spawn Und T-spawn Und T-spawn Und Short Der scout Short Push Foxpush Das muss T-spawn Short Stop mit Slime Sneak durch bis kurz Ne 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 Hm Das f*** Ich hab dich gelegt Mhm Oh nein, ich steh'n bleiben Das treff' ihn halt Ja, damit vorher Ich wusste, dass du low bist Ich hab' die Straut genommen Aha Ich hab' mir ja für lang gelegt So, B-Rush oder was? Ich hab' ABP-Rushed den Lohen Genau, das bin ich Du kannst gar nichts kaufen Wenn du mit da beißen Hast du ja gesagt, ich soll das spielen Naja Jetzt flasht mir noch einer raus Und dann ist das gut Wer flasht mir? Einer nur wir Einer mit da unten Einer mit da unten Einer mit da unten links Keiner mit da In zu dritt A One K Go back, go back Wir flasht mir direkt in die Nase One still K One Sight I think Still K K K K K Ich immer noch Hey, f*** dich, Raktor Hala Mach' mir die AK weg Okay Okay, da ist unten Deine Oh, oh, der Maid hat umhypen vor Bei Deine So lange Der hat verlegen Gut, das ist schon durch footage, so lange ich es nur klar raus Hat er verganggelübt? Ja, hat verganggelübt Was ist das für lange? Der ist wieder Low Also so lange erfreist Dann müssen wir ein bisschen Glocker spamme machen Oh, der Maid schekt das doch Also gut die Verstand Aaaa Genau. Ich wollte schon sagen, unten guckt er jetzt nicht mehr. Ich brauche schon ein Dröppel ein. 1, 2, 3. Oh, kappen wir. Guckst du in der Mitte? Kann ich kurz gehen? Jaja, kannst du. Soll ich smoken oder nicht? Nö, machen wir nicht. Einer durch? Ne, ich geh nicht hin, da ist eine Habe. Einer mit da unten. Nee. Ich werfe eine tiefe Smoke. Alles durch. Scheiße, das ist für mich. Ja, das ist laut, Alter. Ich mach mal. Halabau ist in der Nade gekommen, also wer weiß, dass ich kurz bin. Ich spreche mal einmal rüber. Spreng mal lang. Lange einer? Lange. 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 Das war für das Spiel. Oh Gott, wer ist denn das da schon wieder? Orange. Geht doch vor. Lange, oder? Keine Ahnung. Lange, weg. Er ist nach hinten weggegangen. Ja, aber er könnte dir ja entgegen kommen. Der ist zufrieden. Ja, er macht ja nicht der Türen. Deck, spür mal eine Runde. Äh, vielleicht schon wieder lang? Dreck mal. Ich geh da auch dreck durch mit lang. Ich nehm auch die Bombe mit, dann kannst du gleich hinterher kommen. Ich komm da hinterher. Guten Tag. Du kommst dann daher. Okay, kurz. Du machst Move. Jede Runde kommt der Türen. Nein, geh nur mal. Be careful Yellow, they are rushing through the tunnel. Okay. Mit der Arm. Und durch. Hello, nur 2 HP. Pretty sure. Kurz, 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 kurz. Ah, ich geb mir Headshot und hinter dir, glaub ich. Jetzt geht hier hoch. Jetzt geht hier hoch. Was? Du hast doch noch einen Rass aber leer. Ah. Ich hätte nur mit 2 HP ich war nicht soweit. Ah, war gut. War gut. Kann man machen. Boah, hab mir immer noch eine Nade hinüber vor. Warte schon durch. Und ich hab ihn schwer verrundet. 6 in 1. Wird das nicht etwa schon wieder A? Raus? Ich hab immer nur eine Flash diesmal und du musst wieder Flaschen, denn es geht. Ich hab ne Arbeit. Egal, lauf mir hinterher und flasche einfach. Aber, 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 aber. Lauf mir hinterher, lauf mir hinterher und flasche. Nix da, ich steh billig in B rum und warte, dass sie mir entgegenlernen. Und wenn, aber ich hab auch hingeguckt. Info? Tot. Das ist ne Info die ich hören möchte. Ich nade Spot. Ich geh über T-Spaw. Ich fandet. Oh, da warte zieht ja einer. Nein, da ist hinter den Kisten. Ja, das klingt ja schon mal scheiße. Ach lang ey, was ist denn mit Lila los? Dachte der bewegt sich mal langsam in meine Richtung. Ich bin in die Platte vorgelegt. Na, ich bin in die Platte vorgelegt. Mein Freund muss nur, mach zuhören. Mein Freund muss nur, mach zuhören. Ich bin nach dem Waffling. Äh, was willst du denn haben? Eine AK wäre cool. Äh, Fox guckt schon so gierig. Ja, den kannst du auch eine geben. Machst du viel Kuh, ey. Hab ich aber kein Geld mehr. Ja, genau. Die? Äh, die hatten wir, die. Ich hab den da klein gelegt. Ich hab doch auch die Empfehlung genommen. Flashback! Smoke! Alle Flash lang. Kurz. One shot. Grenade! Grenade! Smoke! I'm throwing a Flashback! I'm throwing smoke! Ey, natürlich Raptor, fink dich. Noch einer, kurz, noch einer, kurz. Noch einer, kurz. An der, an der Kiste. One shot. In der dir. Ja. Wo ist die Bombe dahin? Oh, ich hab sie weggebrochen, bevor ich in die Bombe reingegangen bin. Ich hätte die so dumme fragen. Ey, ich hab's doch nicht gesehen, wer die Bombe hatte. Ja, ich hatte die Bombe, und ich hab sie da ran gehen, damit der Gegner sie nicht sieht, wenn ich da ran gehe. Oh, da hätt' man mehr draus machen können. Hätt' man machen können. Weil die nicht wusste, was die Bombe dahinten liegt. Ne, das wusste ich ja nicht. Ich dachte, der Maid ist da gestorben. Ich hab mich eben lautstark mit Kollegen drüber unterhalten. Ich weiß nicht, ob ich dir zuhöre. Dann konnte ich nur um Rooksbein raus. Sie höre nicht zu. So that we may be free. Oh, fluchen auf, fluchen auf, fluchen auf, fluchen auf. Ich kann kurz erwarten. Oh, ich hab's auch nicht verwurrt. I'm throwing smoke. What's the plan? I'm going to blow up. Did you shoot something? No, I didn't shoot a bomb. No, not peeking. Explosions-mäßig start. And out. Out, out, out. I'm going to kill you. I'm going to shoot you. I'm going to shoot you. I'm going to shoot you. Raus, wenn ich siehst, durch. Aber nicht mit einer leeren Waffe. Ist egal, schmeiß sie. Quatsch. Eine Sekunde länger, ich hätte raus und schießen können. Halt mal die Klappe. Ja, sowieso wieder nichts. Ja, weil du so viel rumlabernst. Ich würde die Arbe gern behalten. Aber was soll das denn machen? Ja, wenn du irgendeine Scheiße machst, warum sollt ihr euch da rein? Ihr habt eben vorgeklagen, wie wärst du mit safen? Weil 30 Sekunden wird für kaum reichen. Ja, das sag ich ja. Das meine ich mit Scheiße machen. Was sag ich meine Ehe, meine Diegel safen? Ja, weil du denn nur eine Scheiß Diegel kaufst? Alle anderen hatten aber Waffen. Ne, hatten sie nicht. Achso, dann habt ihr ja hoffentlich jetzt Waffen. Ihr habt ja gerade Echo gemacht. Na, ich hatte ja die Diegel gekauft. Ich hatte auch eine Waffe. Was ist das? Ja, du hast immer eine Waffe. Das ist doch jeder. Ja. Hier als B drauf. Hatt ich ja vor. Und? War das Problem? Umgeheiert um die Ecke? Ich hab gar nichts. Jetzt hab ich geblockt von Gelb, Alter. Back, back. Oh, dann die Glosspotweg. Nicht rein, nicht rein. Oh, hier wird schon Blasier. Ich wollte nur die Waffe haben. Kurz einer mit einer P90, ich sag's schonmal. Einer könnte Lower Tunnel sein. B war einer mit einer AUG. Der hat kein Bock mehr! Der hat kein Bock mehr! Sind bloß mit der AUG. Wärts auf B gehen, aber schnell! Ganz B auf B! Jawohl, kein Bock mehr! Könnte nur einer da sein! Ich denke, waren beide A-Spieler. Ich check erst jeden... Kleinst... Jetzt gibts noch zwei Klicks, pass auf! Wir müssen zusammenfangen. Wahrscheinlich sogar beide. Letzte Kampf von CT. Ja, ist noch nicht am Tor. Jetzt wenn Katie tot ist oder er schießt. Ja. Oh, da kommt Tor. 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 Dann sind wir wieder getroffen. Durch die Wand. Oder vorher schon angeschossen. Wie hier war denn? Na gut, das war an der Meute, die gerade zu dritt auf uns zugelaufen ist. Während dem du natürlich auf alle andere rennst. Nee, nee. Ja, hallo. Irgendjemand ist da drin hier ran und hat mich... Ich wollte die Liegel haben. Ich hab mir nur die Liegel geholt und bin dann abgehauen. Ich hab da drei Typen gesehen und hab ja noch gekriegt einen Durchschuss. Hab ich aber nicht irgendwo gehabt. Ja, komm mal. Weg, weg, weg. Man pusht long. Ja, der war close. Da war unten low. Alter, wo? Wo? Zeit. Von A-Side, resorb. A-Side, resorb. Wie kann B? Ja, ich komm mit Sicherheit nicht raus. Ja, ich komm mit Sicherheit nicht raus. Ja, ja, ist cool. Wir machen das schon. Ich hab zumindest Steps da gehört. Komm mal noch bisschen leer, mein Freund. Ja, du hättest ja eh ruhig werfen können. Ich hab komplett vorne auf den Spot gelegt. Bei dir. Ja, schön. Ich denke CT. Ja, oder er kommt T-Spawn. Ja, ich glaub ich kann. Oh, könnte. Das ist aber dreist. Ja, CT. Ja, CT, AWP. Das ist ja auch ein Hacker. Ja. Kommt er wirklich? Schafft er aber nicht. Schafft er nicht. Ah, der hat mich noch gedötet. Der Arsch. Sag den halt an. Naja, er kam halt perfekt zu mir rum, ne? Ja, ja, klar. Ich hab halt nicht drüber rausgeguckt, sondern mit die anderen oben weggeguckt. Wie schlecht für A lang. Ich steh da hin. Ich mach mal B ein bisschen Stress. Guckt gerne von euch mit. Geht alle drei kurz. Ich hab keine Frage, woanders kommt. Good job. Uh. Ich hab den durchgebrochen. Xbox mit. Flower. War. Smoke. Smoke. Be clear. Burn. Zugest du bist. Shit. Fussbomb. Todesgang. Mosexuelle Spie. Die sind. Die sind Todesgang. Keiner ist weg. Smoke mit Todesgang. Blau. Blau. Warte noch. Lass mal noch grün und orange kommen. Ich bin hinter euch. Flasher rum. Flasher rum. Oh, noch Flasher. Ah, jetzt. Zu. Linke Ecke. Ah, nicht. Letzte Ecke ist er. Unter Todesgang. Wie hat ihr getroffen? In. B ignoringst du? We go to shopper, buddy. In. 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 Wo kann man überhaupt DAS 2 angehen nach DAS 2? Scheiß Map. Warum ist doch schön. Nee, hört mehr auf. Kannst den Kopf ausmachen. Kopf ausmachen, strategischste Map ever. Ach so ein Dreck, das war Public Only. Public Only ist Cache und Mirage. Am Arsch. Aber super von. Luke. Ja, damit gehe ich auch noch. Cobblestone. Ja, Cobblestone ist auch nur so ein Kopf aus und durch ein Dropper. Ja, weil du keine Taktiken kennst. Du kennst ja keine Taktiken. Pass mal, ob wir keine Taktiken kennen. Das heißt, wir können jetzt durch einen Dropper, ne? Was ne Taktik? Lass mal einen Dropper, bitte. Ja, wir sind ja auch da. 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 Ah, noch so eine verkackte, nette Fieskopf aus und durch. Ach, das ist gut. Ich will nicht die Phenetik, wo ihr zeigt, hätte dann würden wir ja immer noch nix machen. Blöde Phenetik, wo das einzigste wäre. Ah, nur die, damit gewinnen wir Runden. Ah, da sieht doch der Arnie. Ah, ja, hallo. Also wenn wir sonst nur Runden gewinnen, dann ist das... Ach, scheiß drauf, ich gehe jetzt mit Hass oben durch. Das ist die Ansage. Mit Hass, mit Hass musst du durch. Das ist immer das. Und wenn ich nicht noch Smoke schmeißen würde, dann würde mal der Arnie durchkommen. Du musst mit Hass durch, das raschelt und dann ist gut. Ja, raschelt bei mir im Kopf, aber nicht bei denen. Au, da geht nix rein. Na, raschelt nicht. Raschelt nix. Jetzt mach ich die wegknuspern. Au, das ist ja auch einer von Alternate-Attacks, da kann ich nix machen. Warte, ist n Stephen? Oder wer? Ja, der ist Stephen. Könnte auch Stephen sein. Ah, nee, das steht bitte. Da steht Stephen. Soll ich wetten, dass ich n Headshot mache? Hm? Na, Headshot. Bot Frank. Der wird aber gleich disconnecten. Pass mal auf. Der hat keinen Bock mehr, da. Boah, siehste. Ich hab sogar ehr Bock damit gerechnet. Ich tue so, als ob ich nichts könnte. Rennen die ganze Zeit mit USP rum. Ich tue nochmal so, dass ich nix könnte. Und dann, dann hauen sie ab da. Und dann wird gleich wieder geflamed. Bissl only. Zack. Wir checken die Ecke nicht, zack, ist er weg. Oh, außer der Bot. Der Bot hat die Ecke gecheckt. Was war da los? Checkt der Bot die Ecke. Oh, das ist unmaid. Hau mich da Bot um, ey. Soll vorkommen. Hm? Soll vorkommen. Ja, aber das war so ne gute Ecke. War frech vom Bot. Zack, in der Rübe. Ich sneke hier nur mit der USP durch, wie James Bond. Das war so ne gute alte Goldeneye. Vielleicht sehe ich das mal jetzt hier. Einen Schuss aufgegeben, einen gekillt. Vielleicht hole ich mir den nächsten. Wie viele Parallelen gibt es da eigentlich? Zack. Außer der Rübe. Zack. Noch einer vielleicht? Nein. Schade. Du kannst dir meinen Namen extra nehmen und noch da finden, würde. Ah. Zack, da. Neu. Oh, wir machen aufteilung. Geht ihr wieder B? Ich würd B gehen, jo. Ihr seid irgendwie heute auf B. Hallo, guys. Hi, go, B. Hallo. Thank you. Hi, go, A. Hi, go, mit ihr da. Hi, go, B. Wie kann man da hier noch? Ich geh nicht mehr, Thomas B. Das ist Selbstmord. Der macht immer, was er will. Ich bin, ich bin auch. Wo sind wir? Hm, wo ist der Marisch? Ich flech dich auch. Ja, genau. Ich flech dich mit dem Rücken, du. Dann ist sie wieder genau von deinen Augen. Hab ich's bekommen? Habst du's bekommen? Tu mit. Kommt da was? Nix. Okay, ich schieb. Einer unten noch. Schieb da, grüner. Oh, da kommt einer. Okay, dann ist die, glaube ich, bei dir. Nur einer. Okay. Soll ich mal rein? Tickern? War nix. Oh, der tickert, da kommt was. Mehr als einer. Aber es wird A. Äh, zählt. Okay. Retrored. Oh, der Cheek und die Kommen sind bei mir. Kommt bei dir? Zwei Leute. Tu guys, keine Ahnung. Top auf keine Ahnung. Ja. Ah, der Kopi. Nein. Wo bist du? Bombe. Bina. Kommt bei uns. War nur einer, der... Also, wenn du nicht so weit vorpicken würdest... Ich stand voll weit hinten. Ich... Da musst du auch mal so... Das reicht nicht, nach hinten zu gucken, sondern wir gehen über. Ich kann nicht ums Eck gucken. Du standst ja irgendwo wieder am dritten Loch. Das ist echt scheiße. Was soll ich da machen? Nee, du standst scheiße. Ich stand perfekt hinten. Steht's... Ja, zu weit hinten. Die Koi. Kannst ja null Kreuzfeuer machen. Nein, ich kann so. Schüsste ich mich ja schon auf... Auf Arsch stellen. Oh, ist das scheiße. Wenn du einfach mal dicht an die Wand rangehen können, dann wäre das perfekt gewesen. Ich hatte einen kleinen Schnitzchen, stand hinten im Eck und von du konntest nichts machen. So, willst du den mal nicht verschieben schon mal? Das kommt ohne dazu. Wenn Ena hier sehen wird, wird gleich jeder kaputt oben oder? Steht bei uns voran. Damit hatten wir die Überzahl. Sie sind in der Mitte oben oder Ena? T-Spawn-Rohm. Ich slash einmal. Zweiter, zweiter. Wie? Vernäne, warum? I boosted your arm out. Ja, I think they go, eh? Can you boost me? One me. The steps. One we want. One coming. Ja, wir helfen, die bestimmt nicht. Einer war zweite Mitte, also wir bleiben bei uns. Wo hast du nicht mehr helfen? Ich kann bei dir gehen. Alter, warum kommt denn der C hoch A? Please stay on A, Orange. Das ist mit A. Mit. One mit. Ich denke, es ist A. No time for B. Don't let him play. Sorry. Achso, wir sind alle gestorben. Warum? Ja, weil da einer noch B war. Sollte sich doch B verstecken. Das war zu. Der war sch... Zum Thema ist der A. Ja, die Bombe war A. Der wollte auch legen. Mein Freund. Zwei Leute waren A. Drei haben noch gelebt. Ich bin hier als Witzler gestorben. Ich bin direkt nach dem Zeitraum, als du umgedreht, das bin ich gestorben. Meine A war mit. Be right. Was war das, Kitty? Be careful, Construktion. Nice. Ich werde vielleicht das Weapon nehmen. One dinged. Nice try. Nice try. Nice try. Nice try. Nice try. Don't pick me, please. Nice try. 2,5,5 8 2,8 Ich denke ich bin Ja, ich komme auf 8 Oh, die ganze Diabon bitte mitnehmen. Okay, das war zu laut. Die Geräte gewinnen. Die Geräte gewinnen. Let's move out. Die Typen nervt mich schon wieder. Orangisch rennt schon wieder durch im Grün hinaus. Ist das eine Eko? Ah, ist offen. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh, das ist einer. Einer left Ja, der A ist komplett offen Hier ist noch ein T-Sport oben raus Green, can you please go? Ich sage mal, Grün holt sich da Ne, doch nicht, Mitte hoch Mitte hoch auf A durch One step Sehr schön Halt er nicht durch Was er mich gehört hat Also, One step No, hat er dich nicht gehört Weikern Kannst du eine AK haben, no fair? Nö Ich hab sie angeboten, das ist der Ja, nö, nö, alles gut No fair, Katrin Bock mehr Doch Ja, ich mag nicht Bock mehr wegen dir Weiß ich nicht, was er auf B macht, aber Wieso ich der Kalt scheiße, so wie du Good job Ich block nur Tunnels Du Tunnels Ups Die Abwehr Jungs Das kann nicht wahr sein Natürlich 1 1 1 1 5 1 Smock Spoiler out, going shot Oh, was ist das? Oh, was ist das? Ich habe das Moppen Karten, aber auf kurz Wenn einer noch ist Maybe you're rotating No Oh, die werden wohl B gehen ... ... ... ... ... Schade, dass ich meinen DEF holen kann. Hübsch und die rechts und die Ergang. Zehn Sekunden, damit ich halt nicht mehr in die Ecke renne. Ihr kennt mich rechts in die Ecke hier jetzt. Dann, einfach fort gehen lassen, Robert. Habt ihr denn von den zwei Cheatern da gehört, die da gerade irgendwie gebastelt worden sind? Nein, weil sehr viele Cheater gebastelt werden. Ja, wir kaufen. Gear up! Deploy Goy Goy! Ja, irgendwie der Typ, der auf Hitze da so eine komische Flamme geworfen hat. Ja, ich hab mich noch auf. Ich bin ein paar Bisschen. Ich bin ein paar Mette. Ich bin ein paar B-UH. Ich bin ein paar Mette. Mit. Ich bin ein paar Mette. Bochen. Du bleibst an der BB Nimm den Buschbombe B 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 Nice Nice B 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 Satz mit X, das war wohl nix. Und noch einer, mit da unten. So. So. Coming B. So. 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 Hey. Mit On ramp B1 B On V now B plant Jetzt müssen wir die B-Fähigkeiten oder? Heavy Biene Banana Ich hab ihn getroffen zwei Mal Na, wäre er ja tot Und es läuft Ne, 94 in zwei Ja, 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 hast du nicht richtig getroffen? Doch, durch die dicke Wand Mit meinem Nade Ah, da muss ich die dicke Wand anziehen Boah Boah Das ist echt heiß, dass der A-Ber Soll er nicht so wieder ein A-Ber haben, ne? Also passt ein bisschen aus wie Der fliegt irgendwann oben zu dir Das gibt es nicht Decoys out Throwing a grenade Ich darf ihn halt nicht Ach du Kacke Na, die A-Ber war verschenkt Ich hab immer ne verschenkte A-Ber Das war ne verschenkte A-Ber Der ist doch schon durch Ich hab ja wenigstens drei Mal geschossen, aber du? Hast du aber auch nicht getroffen Da war ja nur die Gegenwehr Aber die haben ja drei Mal geschossen Immerhin Ja gut, ja, natürlich wusste Sie sind zu zweit drin Sind die durchgerannt Der Mami ihn hier an Was bin ich doch angemacht Das sie verschenkt war Das sie verschenkt war Ja, mein Ich meinte, meine war verschenkt Hm? Es wird drei Leute von mir sterben Weiß ich, dass wir nicht mehr reißen können Das ist Quatsch Ja, sorry Das ist gloss Das ist ja Oh mein Gott Oh mein Gott Ich bin ich lefte Ich bin ich Da sollten wir alle mit Banane rushen, oder in der Mitte runter. In die Arbe rein. Der kann nicht 5 Leute mit der Arbe wegrollen. Ja, bitte mal. Machen wir mal gucken. Na, er ist auch noch einer Kader dabei, die ihm hilft. Sehr gut. Rechts halt. Arbe nehmen. Und jetzt unter uns aufpassen noch einer. Ich hab's ja gesagt, Fuchsbau. Ich hab keine Zeit, ich muss die Arbe nehmen. Na ja, haben alle wie die Deppen da runtergeguckt. Immer noch Fuchsbau. Wie solltest du die Arbe sehen? Ah, haben wir gesehen. Und dann sind wir ja erstmal hier der Blumen. Versuch ich gleich mit den Blumen. Oh ne. Mach das hier. Oh, was denn? Wollen wir mal gute M4 Runden machen Keiner fiegt da so plötzlich Anna, can you push me? Nee, Banane Thank you Stepsman Grenade out And spoiler room Grenade Apartment is up Long smoke Be careful Be careful One naps Going in Helps too Have to go I'm gonna do the game Goodbye Arsch Arsch Keiner guckt kurz. War's überhaupt down? Ja, die packt man's down. Nicht auf deinen Mate ballern. Ja? Wo's your Mate? Long! Das ist ja... Ja, da hab ich schön aufgespielt. Was? Von wem waren die Smoke da? Die war meiner. Ja, damit war er quasi... Von der Sichtseite geschützt... Ja, damit er nicht zu... Dann muss er durchrennen, wenn er auf den Spot will. Muss er den Spot halten. Muss er nicht vorpushen. Das war ein Fehler, ja. Ja, er muss einfach ihn vorpushen und fail. Das war ein Fehler, ja. Die sind wegen der Flammenkriege. Nie gefreut! Flammenkriegen! Mein Flammenkriegen! Flammenkriegen! Die Haken hinter dem Dings. Close. Nicht sagen, dass ich bin. Noch einer. Will ich zurücklaufen? Hey, B. One, help B, please. Hallo. Hi, go. I will, I will. We missed it. One more banana, I think. One stay here, please. He's there. What's up, banana? Back. Coming. Maybe rotate back. No, he's coming. He's coming. Down. 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 Das wird schwierig jetzt. Zumindest gegen den Headshot Lulu da. Ich glaub, die kann nix. Ich hab 22 Punkte mehr als du. Oh, das ist schön für ihn. Wir haben hier noch eine Runde, die wir mit der mehr... Einer Runde, natürlich. Ja, 8-7. Eine Runde haben sie mehr. Da kann er noch so viele Punkte haben. Go away. Du musst mal durchgehen, oder? Wir rotieren zurück. Der ist fit, fit. Ich stehe gleich mal. Feinde. Keine Runde, Rattel. Ich hab drei Punkte bekommen. Willst du mich verarschen? Das ist gar keine Runde mehr. Also, der kann ja noch so viele Punkte machen. Ja, so mit Zellen natürlich. Und Bananen legen. Ich steh jetzt in die Hose, weil wenn er jetzt abging, dann... Was würde passieren? Schlippe, was direkt. Kast어�ifach, in der Falle gibt es eigentlich auch geantwortlich. Ich steh jetzt mal ein paar Kochen. Ich weiß, wie weg ist. Dann kann ich mich verarschen. Ja, gut. Ich verstehe jetzt. Schlippe. Ich stehe gerne. Schlippe. 1 auf Sprecher 1 auf Sprecher 1 auf Sprecher Zieht hier auf Sprecher Moneter Und da kommt Banane 2 auf Sprecher Ist auch unbekannt Last might be inside Constructions Nicht, dass der Constructions sitzt Aber es ist schon zu spät War wirklich da Tatsächlich Dachte er eigentlich, er geht da rauf und defused oder so Ja, da habe ich wahrscheinlich wirklich zurückgelaufen Ja, das hätte er zeitlich aber nicht mehr geschafft Es hat schon richtig gepiept Und da kommt So werden sie rushen Jetzt haben sie Waffen Nein, jetzt haben sie Doch nicht umgewaffen Ich verstehe, jetzt werden sie rushen Jetzt sind sie zu groß Ich verstehe, ich verstehe Ich verstehe, ich verstehe Another check Go inside, go inside Ich verstehe, ich verstehe 2 A Das ist ja, ich verstehe 2 A 1 A 2 A 2 A 3 A 3 A 3 A 4 A 3 A 4 A 4 A 6 A 6 A Hm. And one of the AFK. Ach so, ich fuchs, äh, ich würde Spawn gelogen. Ja, es kam halt mehrere Nets, Banane und dann... Hm. Es ist halt außer so, ob sie von Banane rushen. Ein AFK CTs. Ja, was heißt das? Entweder willst du mir sagen, dass ein CT AFK ist, dann darfst du nicht die Mehrzahl sagen, oder du sagst einer ist AFK im CT-Spawn. Die CTs. Die CT-Spawn. Blint. Oh, ich glaube nicht. Ich flasche einmal rum. Tätig-Ball, haben wir noch eine? Mbps-T. Ja, das ist genau ein Snip. Ja, ich bin noch ein WP. Warte, 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 warte für Smog. Na gut, ja. Ja. Kannst du mich flaschern? Nee, nicht. Oh, ich glaube nicht. Oh, Smog kommt. Ich schulde, ich bin noch ein WP. Alles gut, ich bin noch ein WP. Alles gut, ich bin noch ein WP. Alles gut, ich bin noch ein WP. Ja, das ist halt, wenn die Leute vorrennen, dann bringt das Koks. Der Koks bin ja noch. Klar bist du, wenn die Smog jetzt alles. Da hängt ein Baum. Der Koks ist weg! Der Koks ist weg! Der Koks ist weg! Ich kann ihn weg! Werden alle schon tot, bevor unsere WP lag. Ja, aber die andere war auch schon live, die andere schon mal. Ja, die ist egal, wir wollten die Redickball machen und auf CT gehen. Ja, ich hab ne Smoke gesehen und die hat genutzt. Ja, sag ja. Ja, die hat genutzt, dann willst du das? Oh Gott. Oh, Dankeschön. Mit der Wohmau. Genau, das versteckt. ... Morland. ... 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 Ich war schraubt. Still die Reaktion. Ich war schraubt. Ich war schraubt. Schraubt, da. Zeit noch. Nice Nice Deck so Nice Oh, das lag ja perfekt hier aufnehmen Who wants it? I will take it Yep Thank you Jetzt geht der Typ noch wieder auf die Fresse Der hat sich nicht kommen Der hat sich nicht, was der da macht Molotov Grenade aus Fire Grenade 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 I am throwing a grenade Long and short Sorry for the AI, die waren perfekt Throw in smoke I am throwing smoke I am throwing a plasma I am throwing a black bank I am throwing a black bank I am throwing a black bank Throw in fire I am throwing smoke Sorry Trust Construction One more construction Nice Banana 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 Last onset Droge in a black bank Das Der Mhm Problem ist, dass der Schmock wieder rein So kann ich nicht mehr nutzen Nice Maybe let's try One more shot Smoke maybe? Wait, an eight, an eight Last two probably beat A shot in the corner Oh, save me Behind the wall See two smoke out I am throwing smoke From behind I don't like, can I put there? I have iron, I wanna get hurted Right in there I found a lady Where was the last one? Also the one, who? He was in the other side The other unknown He could have an A-B He could have an A-B He could have an A-B No, he wasn't He was the one He could have an A-B Fake blood I saw an A-B I saw an A-B I saw an A-B I saw an A-B Das hat ja eben schon nicht geklappt Aber man muss ja nur mal die Ecken schenken Ich hab da eine Nade hinschmissen Ihr wart beide vorne Ich hab eine Habe, ich hab ja keine Trennen jemals Oder ohne Habe Ich war in der Habe Let's go Ich hab die Platt Ich hab die Platt Oder hisern Ich hab die Platt Ich hab die Platt Checkpett erst Von direkt Oh doch Watch out, live room. Where? I don't know. Apps. Apps. Schropp. Oh, der ist weg. Was hat er auf Apps? He's still alive. Nein, war doch der von Apps. Nein, war der nicht. Doch, Tuna ist tot. Ich hoffe, das ist tot. Nee, er ist GFN. Jetzt ist er tot. Ich denke, es ist leer. Ich denke, es ist leer. Wir werden das machen. Das ist wierd! Kuss, Kuss, Kuss! Kuss, Kuss, Kuss! Kuss, Kuss, Kuss! Thank you! Let's go! Ach, ich muss die Anstauern. Komm, ist nur Dingskochen, der CZ. Ah, hab ich 300 bekommen. Achtung, nur auf dem... Sorry, 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 sorry. Das ist ein Problem. Jetzt ist der Smoke raus. Oh, der ist so. Was? Da ist meine Smoke aufgehalten, Mann. Oh, eine Filipe. Ich glaube Konstruktion, wie laut links ist das oder? Ne, ist auch nicht sein Band. Banana one Konstruktion Was, Defi? Ah, das ist nicht mehr. Sorry. Oh, es ist okay. Es ist okay. Das ist wierd. Die haben Probleme, also be careful. We must move. Ich bin ein Block. Ah, ich bin ein Block. Das ist eigentlich nicht so schön. Mein Hälfte, wäre der Sud oder ein Spiel? Dann kann er zwei Mal spielen. Doppelt Schaden machen. I am throwing a grenade! Nice. I am throwing smoke! Granade! Was ist das? Cool. Throw in a flashbang! Smoke! Oh, ich habe ihn. I flash you. Throw in a flashbang! Nice. Nice, Team. Er hat nichts von seinen 36 Kills. Hm? Er hat nichts von seinen 36 Kills. Der hat schon gelogen. Hm. Und wenn der Rest scheiße ist? Hm. Vor allem der Bot Niles. Ich weiß gar nicht, wer davor war, weil er mitgespielt hat. Keine Ahnung. Ich glaube, der hat einen längeren Lahm gehabt. Ganz schön gedrückt, der Typ. Er war auch immer an komischen Stellen unterwegs. Er stand doch immer an perfekten Stellen. Naja, er stand auch im Haus. Vorhin in der 1 gegen 2 Situation war es auch so, dass er direkt zum Pit geguckt hat, zu dem anderen. Wo er halt so die Bombe gelegt war. Also ein bisschen komisch, das Ganze. Naja, aber er hat mich, als ich gegen den gespielt habe, nicht getroffen. Wo ich nur die Galil hatte gegen die Awe. Der 1 gegen 2. Er wurde nicht getroffen, ich habe auch gegen... ...mit Nadil weggeklatscht, also... Hm. Also wirklich gut war in der Situation nicht. Aber er trotzdem stand da eigentlich immer perfekt. Gut, wir haben aber ein bisschen Blödsinn gemacht. Ich komme mit meinen in der einen Runde da, die er kann nicht checken. Doch, die haben wir gecheckt. Das ist gelogen. Ja, er wird nahe in geworfen. Nee, das ist auch gelogen, weil dort war noch einer, die waren zu zweit drauf. Wir haben da einen getötet. Du kannst nicht damit rechnen, dass plötzlich 2 bei Sunsetken sind. Hast du dir die Ecke angeguckt? Nee. Da war eine Smoke, da ist einer rausgekommen, der wurde hier tötet. Hast du dir die Ecke nicht angeklickt, oder? Nachdem die Night kam. Also, da check ich mich nochmal die Ecke. Ich konnte die Ecke nicht checken, weil du hast ja davor von dem Mate gehört. Thank you, that's saving me. Oder so plötzlich. Ja, richtig. Das war der Bede. Ich habe da ja nichts gemacht bei. Nur mal so Zeit vor. Der kam aber nicht auf der Ecke, der kam immer von dem... Aus der Ecke kamen am Anfang, ja. Ja, den hab ich doch nicht gesehen. Oh Gott, der ist hier gekoppelt. Das ist ein Witz hier. Oh, was ist mit Höhen raus? So, es geht auch immer nur Dropper. Ja eben. Das stimmt. Den muss man nicht können. Naja, muss man können, das ist das Problem. Nee. Den Dropper kann ich nicht. Ich hasse Dropper, ich gehe da nie lang. Ich kann vielleicht Inferno B halten, aber nicht Dropper. Äh, ich komme noch... Naja, mach ich bitte mal Dropper. Ich spiele immer Titanic. Naja, nicht. Ich schiebe die Flaschbank. Möge! So, jetzt muss man durch hier hartem Bier sein. Da rechnet keiner mit mir, dass ich hier drin bin. Das würde ich wohl meinen. Ich lass mal Arbeit, die krall ich mir. Wird die auch auf den Sips legen? Ah, schade, hat den geklappt. Gute Ecke hier. Dr. Pound. Ja, der und? Ja, gut. Hallo. Hallo, ist Oberrush, oder? Oberrush, pass auf wird jetzt kommen. Monopush, hey, lang. Momentan, dann hab ich mich verkauft. Ja, der hat okay gesagt, wir gehen hier drüber. Oh, hier den dropper, alles klar, Arcanic. Alles klar. Ich geh schon mal vor. Ich hab ne Flash, ich werd da ne Flash. Ja, hier lasst du Gunnaufein mit Ex-Kick, kein Problem. Ich werd ja nicht erschießen. Ich renne da einfach runter jetzt mit der Bruder. Was ist denn los? Flasch, blind. Feuer, keiner. Neeet. Wer ist weg? Da oben, Titanic. Mon Titanic. Oh, trefft er noch nicht. Was hattest du denn mit BB los? Standbild. Vielleicht so, weil ich safe ist. Kann man machen. Kann man machen. Kann man machen. Hat so ein bisschen was zu surfen, was er grad vor hatte. Aber er hat halt ein Standbild, was soll ich da machen? Ach so. Na eh, was kann man da machen. Kann man nix machen, kann man... Naja. Wir hätten nochmal dropper gehen sollen, dann aber nach rechts durch. Wie viel hab ich denn gemacht? Hellbock 48 hab ich in alle Tagen. Ja. Kitty, naja gut, Kitty nur 12. Wollen wir die nicht? Nö. Ach so, ich hab so viel weg, was die tötet habe. Stimmt, da war ja was. Da war ja was. Da war ja was. Jetzt kommt der von rechts. Jetzt kommt der von rechts, schade. Oh man, ey. Wollt doch da rum mit der Schrotze. Na, ich vermute ich die eigentlich gar nicht. So warte, ich hab jetzt safe. Ja. Save your calf. Auf der anderen Seite hat irgendwie keinen der Sau hier gesaved, wenn ich nicht richtig sehe. Also haben wie bekloppt durchgebeid. Warum? Habt ihr das gehört? Ja. Sehr erschreckt, die Zwerge. Die Zwerge. Der ist nicht von uns, oder? 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 Der ist richtig Tower. Ja, hofft er, dass der da lang geht. Hoffe ich ja, dass der da jetzt irgendwie auf den Tower geht. Ja, aber die anderen gehen jetzt Tower und... Oh. Oh! Bitte bitte einen. Plänte, 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 Plänte! Schau, dass du die Bombe nicht hast. Hehehehe. Oh, da war ich schon wieder. Wie sie auch wirklich da hinlaufen. Oh, man. Ja, klar, einer gegen fünf. Ja, du bist der Mann mit Kev, ne? Tja, ich zerstöre nun, meine Freunde. Guck, denn der in der AK, was ist denn der da los? Der kann ja kein Kev holen, wenn der AK hat. Will kaufen? Schein verkaufen wir. Ah, okay, was kaufe ich? Eine Diegel? Diegel ist immer drin. Na ja, wenn der hier saft, dann müssen wir ja nicht mehr zu tun werden. Wenn wir es verkacken, können wir es in der fünften Runde kaufen. Oh, gut. Es ist keiner bei mir plateau. Guckt hier, ne? Titanen? Nicht voraus, Titanen. Oh Gott, wer bist du? Oh, da kommt was lang. Ah, da ist er. Kannst du denn, du hast doch gesaved. Ja, ne, ist ja keiner bei der anderen gekommen. Ich möchte ja gar nicht. Oh, da hat er mich. Hat er mich gesehen. Jetzt willst du aber B machen, weil jetzt ist nur noch in der B. Ah, die Bombe ist aber... Achso, okay, dann hat sie erledigt. Und B-Side. Na, danke. Und B-Side. Und B-Side. Und B-Side. Na, danke. One guy on the bomb. Ich hab mehr Knitter als hier. Ich hab mehr Knitter als hier. Dafür, dass ich gekauft hab. Na, ein Flashbruch ist. Dann holen wir uns den unten. Ist mein so. Sollte da unten einer unten sein. Mal schauen. Da rissen wir eigentlich jemand lang oben. Wer kommt da eh? Lang stinkt. Niemand mag lang. Oh, das ist eine Habe. Da geh ich hin. Da renne ich doch. Na, na also. Bombe mitnehmen ist Uncool, wa? Ja. Aber mach mal mit! Meine Fresse, guck der zu! Krieg ich Flappen. Und Restor. Hinter dir, hinter dir! Good Job. Und Bertanie. Der ist unten. Okay. Ne, war nicht unten, war nur der Leiche. Ne, war natürlich unten. Dass der dich nicht gehört hat. Der andere. Ich hoffe, dass das dein Met wäre. Alles bis fürs Money. Ja, das war deine Lover. Jetzt müssen wir noch zu Smokes gleichen. Genau, er macht das gut, doch getrautend. Dr. Pound ist unser Mann. Gut, das hat er schon mal. Der aufhört sich noch auf die Waffe. Aber er hat's gemacht. Lange noch die Arbeit. Ja, ja. Ne, die stirbt nicht. Gute Eko. Gute Eko. Gute Eko. Nice, Eko. Gute Eko. Das alles, weil ich's aufgemacht hab, den Spot. Der wird gut gestorben. Ja, genau. Oh, hier liegt eine Auk. Das ist ein gutes Ding. Mal fliegen die Waffe. Gutes Gerät. Kostet mehr als deine scheiß AK. Ja, das sehen wir. So, ich werde jetzt B durchgehen, ne? Ja, stirbt doch direkt wieder. Plus die kaputte Stelle, ey. Könnte kurz zielen. Ja, stirbt gleich einer. Ich hab ne Idee, ich schmeiß mal eine Leder in den Dropper. Oh, da ist noch keiner auf dem Spot. Ja, two guys, two guys. Where is the statue? In der Smoke? Oh, guck mal. Ja, da ist noch drei. Jetzt sind nur noch drei. Oh, da wird der Blitz. Ich dachte, ich hab grad so ein Kitty in die Fresse bekommen. Könnte auch passieren. Hab ich dir aber nicht. Ich sterbe, guck oben rechts hin. Nee. Naja, du hast direkt den Kill parallel gemacht. Ah. Wie Freak halt. War ne scheiß Eko. Äh, Eko Waffenkauf. Und äh. Ja, war nicht mal ne Eko. Ich wissen nicht, was die gemacht hat. Hat die einfach losgegangen, du gesmogen? Ich bin einfach losgerandet, die smoke und durch. Ach so, typische BW-Tapel wieder mal. Ja, aber der erste war blind. Kasse. Mach den Mufit und hau ja... Der erste war blind. Mach den fucking Mufit und hau dann wieder ab. Ja, der ist ja dann weggerand. Und dann kam der Mate. Der war nicht blind. Der konnte mal gucken. Oh, Rush-Trainer. Lang. Der ist los. Ich hätte nicht gesagt, hätte. Na, hab ich doch gesagt, der Rush-Trainer lang. Wo ist denn, Gabe? Vorsichtig, ich bin oben. Vor dem Dropper. Na oben. Ja, vorsichtig da. Muss eben kurz warten, weil ich ne Smoke ist. Ich kann nicht vorgehen. Ich denke an ne Ava. Das ist immer noch zu viert. Ah, drei. Das geht doch. Weiterspielen oder? Oh, ist halt die. Weiterspielen oder roti? Oh, schick die Henne. Macht ja keinen Sinn. Zu viert gegen die. Warum? Ist halt ne CT-Map. Ist halt ne CT-Map. Wow. Guck mal in die Igel und guck das mal den ersten. Wo rennt dann einer durch? Bis da eben noch nicht gegen der ist. Wir rennen überall durch. Du hast nicht eben noch jemanden getötet. Der ist ja gerade jetzt, ne? Der hast du nicht getötet. Der ist ja gerade jetzt, ne? Der hast du nicht getötet. Der ist ja nicht getötet. Der ist ja nicht getötet. Nee. Also den eben hab ich nicht gesehen. Der hat sich getötet. Den hab ich auch nicht gesehen. Den hab ich auch nicht gesehen. Das Duell wär nicht schlecht. Du sollst verlieren. Wurde eingesmoked. Ich hab keine Ahnung wo ich bin. Ich schieb mich nochmal. Ist er weg. Ach f*** du. Shit kann doch nicht wahr sein. Triff mich durch die f***ing Wand. Also einer ist low. Ich sag aber nicht wer. Ist genau neben mir einer. Ich will hier nicht raus. Bist du oben oder unten? Oben. Oh man, er steht halt wie im Nobles. Schiebt er? Nein! Ich wollte ihn doch wieder anbenusseln. Hab doch extra geschossen, damit der vorbeikommt. Weißt du? Der war low. Ich hab ihn daneben geneifed. Und dann nochmal angeneifed. Na, kannst du da wieder kaufen. Ups. Falscher Wort. Gute. 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 Er wollte jemanden kicken. Gute. 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 Dropperin, nicht dass du stürmst. Ich gehe hier weg. Da wiegt mir wieder 15 Runden nix an, nein. Nichts. Nichts. Es ist nur Ruhe. Oh, Stille. Nein, ich hab ihn gesehen, ich hab die Waffe gefuckt. Ich hab neben ihm geschossen. Eindeutig Titanic. Die Awe, futsch. Wer bringt dir die APB mit? Nein. Macht er nicht. Aber der hat doch ne Awe. Musst mich retten. Ich bin der Awe, ich muss nachher trug. Ja, ich hab's ja. Ich hab's ja schon gesichert, die Awe. Das ist ja nicht. Jetzt. Dankeschön. Watt. Zwei ich mich. Wie war er haltet. Kann man ja den Bot aufhalten? Ja, er macht wahrscheinlich Pony Bony. Er ist da immer in dieser Drecksecke. Ey, wirklich? Oah. Wo ist er? Drecksecke. Der hat eine Awe jetzt. Na klar. Du könntest mir ruhig sagen, wo er ist. Sie haben sich geboostet. Ach du bist auf der Awe. Dann hätte ich ja zumindest probieren können in Weefang, währenddem er sich ja nicht war. Sie haben sich geboostet. Wo wird er jetzt sein? Ich weiß nicht. Oben. Oben. Ja, ist ja alles klar. Er sagt doch, neben der Box. Auf der rechten Seite. Ist das nicht neben der Box, das Ding heißt Titanic immer noch. Ja, wo saß er gerade? Rechts von der Box hast du es noch gesehen. Eine Fresse, du machst doch überhaupt keine sinnvollen Ansagen. Ist er das? Doch, die haben sich geboostet. Das war mein Name. Da war er. Die haben sich geboostet. Ja, wo sieht sie so aus dem Schicken aus oder was? Nee, da wo man eigentlich hier auf dem Spot nur geboostet. No fact, wo boostet man auf dem Spot? Diesen großen, großen Krieg. Wo das Bäumchen da auf ist. Ja. Aber da waren die gar nicht. Waren sie auch, Alter. Als ich gestorben bin, war er aber dort. Mein Freund. Scheiße, da war keine Sau. Natürlich war er da. Ist da nicht durch. Ich hab mich. Ouh. Cool, da haben wir einen. Oh, da war ganz viel. Aber die haben nicht gebrochen. Hupzala. Da kommt ein Feuer raus. Ich schmeiß ne H.I. rein und ein Feuer kommt raus. Ich muss auch, was ein H.I. kommt. Das ist gut, das schnäht auf jeden Fall. Oh, der war gemein. Da liegt ne Abo oben beim Dropper. Ob er was anständig haben will, Freddy. Oh, nimm mal mit. Wo bin ich denn hier? Also er pickt sie jetzt. Er pickt die Abo. Es war so klar, da guckt jeder. Auf der linken Seite steht er. Ne. Jetzt hast du die Abo genommen. Auf der linken Seite. So, schick. Genau, der. Habe lang. Warte. Ist er wirklich? Der ist geboostet. Gehen wir in den Sack zu machen. Ja, oder safe. Er kommt da hochger... Robb. Ne, ne. Der ist da rein geschlichen. Ah, frob der da auch hoch. Macht er die alte Krabbe wieder. Geht jetzt aber. Mal hoch. Gehst du durch die Mitte? Ja, klar geh durch die Mitte. Ich smoke die Mitte. Dann kannst du einfach durch. Schmeiß mal. Ich fisch da einfach durch. Na mein hier. Geh mal durch da. Ja. Zack. Ja, siehst du. Da kannst du direkt durch. Das ist nicht toll dazu. Guck mal kommt noch eine Nate. Da kommt alles. Ich bin blind. Andere einfach mit. Sehr gut. Ich nehme das Ding da mit. Da kommt Kuh ist auf jeden Fall. Geht er wieder so durch. Mach! Kuh ist auf jeden Fall der Delta. Hörst du dem jungen Mann nicht zu? Ich hab ja nicht dahin geguckt. Weißt du? Ist der kommt einer? Die Waffe ist schwer. Das gibt's nicht. Ich mag nix zu. Ein Crossbar drauf, bin ich der Meinung. Ne. Dach zu dem. Mal schön mit der Negev. Der Bot hatte die... Lauer nicht. Mit dem Bot. Ja. Vornehmlich. Den anderen sieht er nicht. Ja. Sorry. Dass ich gerade rechts auf dem Wagen geguckt habe. Hattest du vorhin nicht gesagt, ein Glück haben wir Dr. Pwn? Ja. Ja. Ein Glück haben wir den. Ja, warte. Der hat schon 10 Punkte. Nein. Bitte bei Google steht wieder mit der Weg. Der ist aber gestraut. Ich geh nicht mehr mit der. Hm? Geh nicht mehr mit der. Ach. Ich geh nicht mehr mit der. Ich spiele nicht Lieder. Geh nicht mehr mit der Ewigkeit. Ich geh nicht mehr mit der. Äh, da ist das schon. Oh, der hat mich nicht mehr mit der Galilie. Ja. Geh nicht mehr mit der. Jetzt kann ich mich durch. Ich bin der Arzt. Da hast du den Arm ganz hinten. Oh, ist ich. Achst du dir hinten? Ja. Passt. Wo sind die Bombe schon wieder? Gehen wir zusammen zur Bombe, oder was? Warte, ich smock hier noch mal runter. Also ich bin noch mit dem Dropper durch. Wir gehen mal zur Bombe. Ja, da ist einer. Wo ist denn der? Mit der Bombe. Bringen wir das Ei mit? Ob den ganzen ist alles voll? Nein, haben wir es vergessen. Wo bist du denn? Also beide. Wartet doch mal, komm doch von hinten. Sag mir lieber wo. Nicht bei der Bombe. Beide bei der Bombe Dragon Room. Komm wir machen hier Run, oder? Kommen sie rauf. Kommen sie rauf. Wartet, wartet die Komponenten. Die ist weg. Das war gut. Einer ist down. Jetzt muss sie kommen. Noch einer hier. Ich brenne. Komm wir nehmen. Weg. Komm zu mir, komm zu mir, komm zu mir. Da ist er. Da ist er. Ich bin low. Lauf durch und lege einfach. Was ist denn der Mann mit Seiten dummen Ansagen, ey? Dann gehst du einfach Mitte. Rechts. Ach nee. Du musst dir alles aus der Nase holen. Du musst dir alles aus der Nase holen. Du musst dir alles aus der Nase holen. Bob has been violated. Oh, der kommt Dropper. Ne, kommt er nicht. Hat sich's anders überlegt. Der hat dich angefegt. Seh ich dich von hier? Peek einfach rein Könnte, ne siehst du nicht Da oben steht's ja Der Mann der durch den Dropper gegangen ist Ich jump jetzt Dropper, kannst du Dropper flaschen? Ich jump einfach auf 490 Aber bitte nicht mich Ich kein Grofflaschen Mich nicht Er hat einfach Flaschen vor sich geworfen Dann konnte ich da ohne Probleme durchbringen Wo sitzt deine Flash? Der hat keinen Kopf oder was? Nee, wir gehen gar flaschen Ich jump runter und mach 490 Achso, war Feuerchen Bremsen, Bremsen, warten, warten Warten, Warten Warte, und Flash Hint auch Oh, der eine ist auch low Der eine ist richtig low, der hat noch Den hab ich gar nicht getroffen Unter dir ist No Scope Ja Ja, man kann das oder man kann das nicht Ja, kanns nicht Ne, stimmt Ihr trefft ja nicht mal mit Scope Ja, ich hab einen gekillt Ja, hab ich gesehen wie er da versagt hat und 112 in 6 Der zweite hat 32 in 2 gekillt Versagt Eins der Runde, Feuer frei Kommt mich auch nicht konzentrieren Da war noch ein großer Maid mit einem Dropper Normaler, das springt alleine da runter Ich blende hier schreien, der Maid Ja, war in der Ecke Mach dir die Schuhe am Anfang zu Wir machen mich durch Wir sind hier, die Jungs schon Dropper geflamen So viel Schiss haben die von mir Da bin ich einfach schon durch Einer Dropper, One Dropper Der ist eigentlich slow auf dem Spot One Dropper Aber war ich schon Ich hab der gar nicht gecheckt Wie, der erste bin hier rum und als letzter hochkommt Was machen die anderen? Wie ich mit dem Bot schon wieder da bin Ja, du nicht, aber Dr. Pwn und der DB One Dropper Der aber durch Der ist am Baum Dr. Pwn, was macht der? Du stirbst gleich nicht Wir sind das Maul, wir sind das Maul Er ist auch nicht schlecht Aber komm, das machen wir jetzt Der BB geht jetzt in den Dropper Und dann hält der das Die Scheiße, ich Geha Q Oh, du löse es So, schmeiß ich auch mal links hin Na, läuft das? Ich nehme den Bot gleich mit Na ja, wie ist das? Oh, das wird A, das wird A, das wird A Wann ist ja, ich gehe da nicht rein Ich gehe da nicht rein Ich gehe da nicht rein Wagt, weil ist doch schon einer zwischen drin, Jungs 1-1, 1-1 1-1 Das kann ich nicht Ein Glücksdacht hat mir das nochmal Oh Mann Wie kann denn da zwischen denen da drin sind? Kann ich dir nicht sagen. Was macht Jani nicht? Ja du hast deinen Platz in der Reihe nicht da. Ich hab mal zwei Leute getötet, dann kam plötzlich was von der Mitte. Nee, der Zwischenkantin hat den da drinnen. Ich lobst da mit dem Messer drinnen. Ja, weil unten von der Mitte in der Reihe gekommen ist. Was gerennst du mit dem Messer da rein? Ja, der Kollege NoFight hat da drinnen gedacht. Alles klar, ja. Ich hab die Augen zugemacht. Ich hab mich leergestellt. Du bist doch lebensmühe, aber ich dachte das wäre alles klar. Ja. Hier kommt wieder A, ich mach mich vom Acker. Es sind wieder A, ich setz mich jetzt aber wirklich auf A, auf dem A-Sport. Kommen mit Gewalt. Und da sind's auch. Dropper einer sind gekommen. Mit Gewalt. Jetzt ist einer sogar dropper. Ich hätte nicht rumpicken sollen. Aber gleich kommt was von der Mitte. Ah, der hat noch. Ach komm, fick dich Mann. Wie soll ich denn noch treffen? Können wir den kickern und aufgeben? Was? Geht das nicht? Was? Wir kicken nicht Dr. Pound. M-ja ok. Was ist der Mann? Ich merk's schon. Du hast den BD. Ers made. Und ich hab Dr. Pound. Oh Mann, ey. Ich war der Einzige, der will mit dir hier blieben, das ist nach deiner genialen Ansage. Let's go, let's go! Da kommen wir auch in HP. Ich kann ihn wieder rausflächen, dann kannst du da oben rumpieken. Oh, da kommt Pass. Oh, da kommt Pass. Ich schick mal den Bot vor. Guck mal hier unten raus. Guck mal, ich kratze nicht. Ich guck grad nicht. Jetzt kann ich wieder. Was mein... Oh, und das Dropper. Klaut der mir meine Waffe? Leute, einer Dropper, also B. Köln auch nix mehr. Bitte, 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 bitte. Ich bin nicht bei dir. Geh dich zurück. Nee, nee, ich will den haben. Na ja. Er hat mich. Er hat mich durch die Wand. Flasch auf B. Was für Licht zuhörst du? Ja. Lichthauern am Tor. Oh, wer ist mit dem Tor jetzt hin? Ich weiß nicht, warum ich hier ansagen mache. Da hört er eh genau auf mich schon. Wir sind B. Da war der Flasch auf B. Und wo sind sie und warum sie jetzt landet mein Freund auf B? Lade mich dann nicht zu, unser Mate ist im Drop eingestormt. Ich hab ja nicht gesagt, dass sie auf einem anderen Spot hierrand sind. Bloß wenn hier jeder ist, dann werde ich ihn einfach los. Natürlich, ganz schön in Ruhe, da sind die Typen. Glauben die mir sowieso nicht. Na doch. Lass uns beide Kuchen rausgasen, das ist gut. Dann guck ich jetzt immer raus. Na, ich komm immer mit. Was ist denn los, was ist denn diegel? Jede Runde diegel? Der kann auch flaschen extra. Kann selber flaschen. Nee, kann oben drüber flaschen. Ja, mach du vor, ich flasche. Ja, mach ich. Geh hin. Geh du. Geh hin. Bot geht hin. Okay, wir warten hier. Bot hat gelöscht. Willst du mich hoch? Ja, er rennt, er rennt. Woos? Ja, hier. Ja, da. Wir kommen von zwei Seiten. Der ist vorbei. Hier kommt doch sowieso keiner. Doch, der kommt. Hundertprozentig. Unten ist schon Enag Maschintenhoff passen. Ja, du hast gut auf. Super Paschler auf. Hab ihn. Hab ihn. Oh, poor job. Kann ich machen. Where was he? Oh, dann Aave. Der ist Mitte, Aave. Aave, Mitte. Der geht jetzt Kugang. Und hat ein Böhmchen. Da wird er rauskommen. Oh, die Mall. Da hatte er Fokus. Warum hat er mich eigentlich getötet? Das kann ich nicht so. Weil ich mich oben versteckt hab. Ich hab... Direkt da unten hingeschossen. Weißt du wat? Erstmal boosten. Den ganz simplen Booster. Das wird auch nix. Weißt du Booster? Oder soll ich geboostet werden? Ich bin genauer. Ja. Ich bin davon aus dem Mercado Resort bereit. Roger dat. Roger dat. Schickt den Bot rüber. Und los. Und los. Oh, da haben die Bomber. Flashbang. Hier kommt niemand. Wo hat er einen Connector? Er hat einen Flash Connector. Mitte ist offen. Connector ist aufat. Dropper Das Connector offen mit KT Einer ist Q Das ist scheiß auf Q Ich dachte, ihr müsst B holen Aber zum Glück hat KT hier einen Gap Brauchen wir bei mir? Kitanic? Einer kam von hinten, ich hol den vor hinten Ich versuche Kitanic, ne? Ja, einer war von A Lay down smoke Super, der schießt mich durch die Wand an Ich versuche den von A zu holen Ja, es gibt gute Das war den, den wir sehen, oder? Ach, der ist auch nicht von A, der ist unten durch Beide da Das ist doof Gerne hat eine A, muss auch ein Spot sein, Türker Vielleicht ist er auch Ja Zum Thema der ist A Einer war Q gang, ja Doch der Pony hat ihn doch getötet Auf A Ich dachte, dass der von hinten kommt Was? Also das hätte ich gemacht Ich wäre von hinten durchgerammt dann Ich wollte rein ran an die A Bisschen ranzschleichen Aber da steht ja so eine Art Karte jetzt schon Neben mir Kann sein Oh cool Gucken was Dr. Pony macht Ja, haut Mitte Den nicht Einer weg Noch einer weg Oben ist offen Q gang Oh, ich weiß auch nicht, ich will nur Fahrkuchen Ich hab offen Oh, da war ein Mitte, oder? Vielleicht einmal drüber? Rechts Naja, das ist ein Meter, Dr. Pony Einer kommt Q Q kommt Q kommt vor Gleich Zwischengang Deploying, Flashbang Einer von denen hat nur noch 40 Smoke Dropper Smoke Molo B Step Speed Step Speed Ist eigentlich von ihm beide scheiße low Nee, gutes Aiming Gutes Aiming Mein Freund Drei Schuss für einen, der 40 HP noch hat Ja Gutes Aiming Bin gelogen 59x1 15x1 Zwo Treffer, zwei Kills Kannst du das auch nachweisen? Hier hast du mal ne Waffe Göt dann nicht Hm Und droppen jetzt nicht die olle P90 Move it, move it Boah Stay here Na, ich lass heut mal Boah, wenn der Bot mich hier blocken würde Alter Boah, wo ist der Kerl? Boah, wo ist der Boah mit dem Boah mit dem Bauch Ich brauche Boah mit dem Baut um die Boah mit dem Boah mit dem Boah mit dem Genau. Oh man, oh man, oh man, oh man, oh man. Hat er die Arme mitgebracht? Ja, ne, er droppt sie einfach wieder dahin. Oh man, wieder keine Kohle. Hier ist der Kohlen. Das ist ein... Gott, 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 bist du gekurrt. Machen wir mal einen Drop? Äh, einen Boost? Boost, 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 Boost. Nein, ich geh in die Mitte gucken. Nein, keine Ahnung, weil du mich boostest. Nein, orange macht das, orange macht das. Ah, ne, orange macht das, ne, GB. Es wird B, es wird B, es wird B. Ich flash mal Titanic. Gott, mach dich vom Hacker. Wieso guckt da keiner Drop? Ja, wir können Dropper durch, ich glaub da nur... Oh, Titanic, alle zu. Einer Hit, Drop. Einer Hit, Drop. Ah, ich hab einen angeschossen. Einer ist Titanic, definitiv. Schieß dir den an. Nein! Danke für die Hilfe. Wo ist der? Dropper. Danke für die Hilfe. Ja, was? Ich hab geschossen, in dem Moment hab ich von oben einen Kopf bekommen. Drei Typen haben mich angeguckt. Ja. Und dann wollte ich dir helfen und hab gekickt direkt den Kopf. Und als die Moon, der war... Mein Freund. Guck, dreht mich zu dir. Mit großen Augen, mit Hilfe. Oh, der kam dann mit meinem Messer angeguckt. Uh, ist das schön. So, jetzt aber ein Boost. Ach, der sitzt da da. Ach so, ich hab keinen Käfer. Du brauchst keinen Käfer. Wir sind da drüben. Cover this area. Inside the area up. Throw in Flashbang. Hier kommen Ar... also einer auf jeden Fall. Flashbang. Flashbang. Ich verstehe die Arme. Sehr, sehr gut. Grenade out. Was macht der da? Da ist doch nix. Incendiary. Wir wissen, wir können nur über Dropper von hinten schreiten. Wie sieht denn die Ostezüller aus? Ah, ich hab's ja gemeint. Viel Spaß beim Retake. Ich take. Beide da? Oh, er war doch Dr. Bone. Ja, das ist der Dr. Bone. Oh, jetzt hat er botten AWP. Na man. Jetzt aber an Bruce. Der muss doch mal auch beim da kommen. Willst du den booste denn? Ja, booste mich. Oder willst du? Nee. Hallo! Ah scheiße, ich könnte Köder kaufen. Dann hätte ich den hier hinten geschmissen. Also hier hengucken. Watticke? 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 Oh, der ist doch. Ah, 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 ah. Das ist scheiße. Nicht verschieben. Deploying Flashbang. Wieso? Flasht? Scheiße, oder? Watticke? Watticke? Grenade out! Ist da ja nichts durchlaufen, mein Freund. Ja, wenn die smoke nicht wäre, weißt du? Das ist ja Watchback-Collector-Bliss. Oh, was hat schon. Ich muss nach rechts gucken, nach links. Oh, da ist einer. Hey, und? Oh, da bin ich bekallt. Ach, shit. Kugang-Kuh-Kuh-Kuh. Unten, Mitte, rechts. Ich gucke Kuh. Ihr macht dort Mitte. Ah, Dr. Pone ist gut. Mitte, kommt hoch. Ganz close, links. Der Ripper-Stuffler. Prost. Ich glaub keine Scheiße, Mann. Nee, wo hattest du hin? Von der Patronen. Ja, weil ich gern mit rechts die Meter von den Pupen-Muselern entrollen. Hat sich an die Ecke gestellt und hat sich zu mir gedreht. Musste ich einfach schießen. Pieken? Q oder nicht? Oder gehe ich B? Ich gehe Pieken. Dann gehe ich B. Oh Gott. Bleib hier. Du machst Dropper, oder was? Ich krieg dir immer geahndest. Ah, du hast doch so ne schöne Haare. 1A-Log. Er ist tot. 3 Leute links. Könnte sein. 2 schlechte Leute links. Great job. Dropper, noch einer. 1A-Log. Habt ihr den Drop? Ja. Nein, wie denn? Wo ist der? Wo ist der? Statue, Statue. 2A-B10-Log. 5O-ResΣ-Log. Wörtert aber wieder A. Ja. Das checken die nicht. Und ich gehe nach vorne. Oh, ein Geil, Rilong. Tügel ist weg. Ja, ja. Tügel ist weg. Oh, da sitzt dein Arm. Huch! Huch! Ich gehe mal mit. Ist das okay? Ich habe mich geduckt. Habe ich mich geduckt? Oh, Smoke. Bei mir kommt's. Ja, der hat direkt hingeguckt. Meiner war unten ein Step-Guard-Sarm. Bombe ist da und mit unten. Noch einer und mit unten. Wollte er den, bevor er die Bombe sich holt. Letzte Raum bekannt. Good job. Nein, er muss nach hinten gucken. Nicht, dass der Löcher ist. Bohren guckt runter, aber sieht nicht unten das Tor. Ich bin willkommen. Ich bin willkommen. Ich bin willkommen. Leicht, leicht, leicht! Behind dir, Yellow. Behind dir. Hopp. Der bleibt nicht weg. Es ist auf den A-Side. Perp. Perp, kann ich mich drücken, bitte? So, ganz schön. Ja. Er kriegt da so ein Abunn. Loser. Ja. Ich bin nicht. Habe ich. Ich verschenke dass er die A-Aid. Ja, er hat hier herumgeheult. Er wollte ich und dann kaufte er direkt. Ich bin ein Abunn. Ich bin wieder in der Fall. B und Ferris. Habe ich nicht. Habe ich nicht. Ein Glück habe ich eine Waffe an Cityspawn. Der Dude hat ne Nege Gut dabei, Dr. Probe Auf jeden Fall Titanic, aber noch vorne Einer oben Hab ich Sauber Haben wir nen Boost hoch? Na sicher Da kommt was Du warst dann, bist du auch nicht aufgestanden als ich gesprungen bin Hört die Titanic? Doch, eigentlich schon Na, ich fahr ganz tief noch Ja Hättest du nochmal aufgesprungen, hätte er mich gekriegt Nein, dann haben wir's nicht gemacht Na genau, deswegen bin ich ja runtergegangen Da die so doof sind, gehen die nochmal lang Einfach gegen Frack 10 und zurück Ja Die wird schon ziemlich dämlich Eigentlich ist Adi ganz weit fast in die Position Stehe ja in die Neuker Naja, eben war ich noch da Und hier wieder Abp Abp Komm weg Komm weg, komm weg Komm weg, wir haben Überstatt Das ist noch einer, da sind zwei Stück Einer an diesem lustigen Wagen Und zu dir Die stehen noch hinten, die stehen noch hinten Hof Soll ich verschieben? Ist er noch gesmoked? Ja ne, ist weg, ist weg Ne, bleibt immer weh, bleibt immer weh Die pushen Warten erst Mach keinen Scheiß, lass sie kommen Äh, chillen Außer es kommt ne Ne, da bist gleich tot Wir müssen doch noch die Runde holen Na, ich schieb mal Richtung Mitte Dass ich schneller verschieben kann Richtung B Ich hab Dropper nicht irgendwie gesehen Ich hab Dropper nicht irgendwie gesehen Richtung Arne Snow Mir ist zu Wusste ich doch Einer Dropper, einer verteilt Einer noch Einer ist im Z Im Switch Kommt jetzt Richtung Ist rechts, Mitte Einer Seite Einer Seite Einer Seite Einer Seite Beide aufspot Ok, schon durch Bogen zu West und Side Töte den Bombenleger, 10 Sekunden Ah, nicht die Bombe 10 Sekunden Nur den Bombenleger, war ich da Ok, passt Einer ist der Dropper Hier ist no time Just hide, please Einer ist 80 Einer ist 80 Good job Ich wusste nicht, dass mein Main tot ist Ich brauch den Raubler wieder Ich hab die Bombenleger gesehen Ich hab die Bombenleger gesehen und dachte Ok, hm Ist der lebt da noch? Oh, Aave Willst du nicht an? Gib mal die Aave Nee, ich geh jetzt um mit der Kuh Ich geh jetzt um mit der Kuh Na gut Ja, dann fang die Diegel malen Jetzt hat der Bock meine Oh, jetzt hat der Bock meine Lass mal die M4 fallen Lass mal die M4 fallen Oder lass ne Diegel fallen von mir aus Sorry Oh, hat mich voll geflasht Checken Farmer Dropper offen Grenade out Smoke Yo, shit Throw in flashbang Fuck so Oh, ich werde immer geplaschen in der Aave ab Oh man Ich geh mal B Oh, ich geh nicht 3 Kommt, kommt, kommt Burt, burt, burt I think it's B Ah, it's A, sorry Ich weiß nicht, wo er hin ist Kappen, mit Kappen Einer ist abgefuckt Nee, links ist er noch Play defensive Oh man Ich komm langsam von hier Ja, nicht zu weit pushen Ich geh lieber hier rechts und warte oder so Ja Steps 2A Ich schieben B Einer kommt links von dir Oh man Oh man Oh man Oh man Oh man Dragon room war der so Ich muss checken 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 Er geht durch Ich muss checken Ich muss checken Ich muss checken Ich muss checken Ja Ich muss checken Ich muss checken Zitrikel Zitrikel Oh man Boah Ich nehm mich einmal stupid Nein jetzt hat er aber was raus geholt 0 uhr 47. Die Zeit rennt Stimmt Ja du musst ne Auch-Wir machen Stimmt Let's roll Cash, kann das denn ein Lüg sein? Kasse Cash. Cash. Ja, warte, da fühle ich mich direkt heimisch. Ich sehe aus wie in Polen. Das ist doch nicht Polen. Sieht aber so aus. Russland. Sieht aber so aus. Russland, Polen, alles klar. Das ist schon ein Unterschied. Fire in the hole. Fire in the hole. Oh Gott, dann kann ich mir mal den Simplen spielen. I'm blind. Ich bin weiterhin sehr wohl. All right. Mit dir drin hab ich den Gump. Dann hab ich den Gump. Flaschbang! 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 Schön! Ich hab ihn bestimmt nicht angeguckt! Einfach zu lang! Das ist genau richtig! Bestimmt nicht 5 Stunden Zeit, das Ganze zu gucken! Natürlich, ich hab's gut angewacht! Arbeit oder was? Nö, das war's! Du gehst ins Bett! Ja, das ist nur da so weit, Mann! Du! Also hab ich nicht mehr in die Hose! Ja, natürlich! Ich hab's gesagt! Das ist immer früh, Alter! Richtig, früh steht er immer oft! Der muss noch wach sein! Er kann 4 Stunden noch online sehen, natürlich! Hallo! Hallo! I go A! I go B! Perfekt! Geh mal A! Hier kommen sogar teure Flammen mit! Dann müssen sie auch sinnvoll nutzen! Na ja, soweit ich sage, die sind A! Der ist gut hier! Ich komm mit! Ich schiebe! Keine Stops! 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 Weißt du, ich drehe mich noch? Nein, ich drehe mich noch! Jetzt sowieso nicht mehr! Keine Stops! Sieh's los! Keine Stops! Keine Stops! Keine Stops! Keine Stops! Was? Die hab ich hier kippt! 4 Leute angeknuspert! Ach ne, 4 Leute haben wir fahren, ne! Ne, angeknuspert! Was musst du rein? Hm, bist du Checkers? Ich will auch einmal reinflaschen, oder? Wollte ich, aber ich wollte erst in Snacks gehen, aber nicht, dass das so ist wie das nächste Mal ist das letzte Mal war Flaschen einmal gegen! Ich bin ein Mist! Mit! 3 Middle! 3 Middle! Booster! Booster mich bitte! Die haben Feuer auf jemanden! Genau doch, die sind dann durch vorne, weit vorne! Reinfuß! Was geht? Was geht? Was geht? Was geht? Das war Geld! Dann hat sich direkt eine Arbeit von der Kollege Ja, aber ich würde mich nicht holen! Jetzt haben sie sowieso keine Waffen! Ich bin, ich fahren weiter! Ich bin, ich bin, ich bin tot! Ich bin, ich bin tot! Und wenn die Kinder nimmt? Nee! Du liest doch ihn! Ich hab keine Smoke diesmal! Ich hab keine Smoke diesmal! Ich hab Feuerschen, ich schmeiß ich dahinter! Ich bin Dusche! Oh, wir haben Mikro! Ich bin Dusche! Ich bin komplett Death! Ich hab kein Flasch! Toxic! Wir haben gewartet, dass wir festen das! Ganz voll! Versuch abzulenken! Wenn da was fliegt, dann... Wenn da was fliegt, dann... Ja, wenn jetzt was kommt, ich schieße ein bisschen und gehe auf den Spot! Genau, du kannst da voll Death gehen! Nee, nee, nee! Wo ist Schach? Hast du was gedroppt? Ja, er ist raus! Der hat zu mir geschossen! Nee, nee, nee! Uh, immer noch Schach! Checkers! Ist er da drinnen und im Gang? Ja, der ist im Gang drinnen! Da kommen zwei! Oh, fuck! Ich hätte nicht gucken sollen! Da kommen zwei! Let's be! Be! Checkers, two guys! Ich hätte jetzt mal viel früher gucken sollen! Ja, klar! Der stand halt ganz offen und hat von mir geschossen! Ja, aber ich hab ihn auch gesehen! Da wollte ich schießen, dann guckt der oben auf den Schacht noch zu mir! Das ist immer früher, als er in den Schacht runtergejumped ist und von beiden Seiten auf mich geschossen hat! Ich kann mir meine eigene gucken! Ich würde erinnern! Ähm... Ich schenke ein Gaule von dem Gaule, ähm... ...n'n'n'n'n'n'n'n'n'n'n'n'n'n'n'n'n'n'n'n'n'n'n'n'n'n'n'n'n'n'n'n'n'n'n'n'. Ich gas aber nicht komplett! Ich gas aber nicht komplett! Ich gas über die Spawn! You just give up me though! ... 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 3 Kaffee da und ich treffe nicht einen komplett, alle 3 einmal angeschossen Was Südo macht auf jeden Fall Ne tolle Wurst, bringt ja richtig viel Ich hätte einfach gesagt, mal mehr zuhören, wenn der Typ sagt, wir lassen die Wetter offen, dann lassen wir die Wetter offen Kaufen wir jetzt, oder kaufen wir nicht? Ich bin ja nöchtend dazu, dass Jans hat auf die Mitte geballert, damit hiked ihr wusst, dass die... Ich überhaupt nicht Oh, pisserab War grad in der Connect-Bahn hat Jans hat und Jans hat auf die Mitte geballert Jans hat Zeit, ich hab immer rumgeguckt, immer geschossen und bin wieder weg Ja, dann haben die auf dich geballert und deswegen bin ich immer rumgezieht Das kann ich ja nix, was ich gleich schuhe Ja, das kann ich ja nix, was ich gleich schuhe Ja, das kann ich ja nix, was ich gleich schuhe Ja, das kann ich ja nix, was ich gleich schuhe Ist das eigentlich gekocht, oder nicht? Nein One is boosted Hi, everyone Hi, everyone One main One boosted One boosted Chart Er ist low, er ist low Add off 6 HP One 6 HP One is mid and he is very low Small garage garage Is he mid there? Yes, mid guy takes HP One of the car Maybe higher way Back 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 Ich hab's gesagt Ich hab auch geschossen Verkackt gegen zwei Leute Oh, der Typ geht mir auf die Eier Der eine hat nur 6, hab hier Du hast auch nicht verkackt Ja Ich hatte nur ne Diegel Ja und? Ich hatte auch nur ne Diegel und? Ihr hattet ne AK und ne Galli Ja, die Galli hat Mist Aha Ich hab ihn getötet und dann hab ich die Waffe geopfert für Kitty Warte, ich hatte ne Diegel? Ja, was? Ja, was? Da haben nur ne Typen getötet Warum hast du die denn da hin? Ja, da wollte ich ja hin Ja, da wollte ich ja hin Da kam oder zwei da um den Eck Warte, ich hab keine Nades diesmal Ich schick mal Mitte Grenade out Throwing Grenade Deploying Flashbang Deploying Flashbang Bitte seh ich nichts hier Deploying Flashbang Wir wurden später rush auf B Wir wurden später rush auf B Entweder B oder H Für Checkers Aiming Oh shit, Steps Oh, ja, warte, 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 warte Mit Steps Ja, die sind wir noch wieder am Sunderbar Hat der keine Zeit, oder wie? Coming B, coming B Fire in the hole Oh, da sind wir wieder, ne? Bump ist drauf, ich bin Just wait Ich flash rein, er kommt zu dir, er kommt zu dir, checkers Ja, was soll ich machen, Waffe leer Ich bin auf Zeit, 14 Sekunden, da darf man nicht rauf rennen 10 Sekunden Und das wars Okay Bis Zeit Bis Zeit Legt nicht mal, der Dussel, der andere, für Money Ja, dann ist Danke Halt die Waffe leer, ne? Und dann kam er Pistol hatte ich Ja, und ich hab, ähm, gerade ne Flash in der Hand gehabt und er rennt einfach durch, dem scheißegal gewesen Pass auf Flash einfach Und sag dann Flash kommt Ja Oh, ich glaub da kommt was oder? T hits Flischgegen Throwing grenade Inst aimed at the area Ist mal ein большой dimmerum? Da hab ich da D m experiencia nach h، 0 Deploying Flash bang Wo soll ich hinschetschern, Checkers Toxic Ich gucke, Checkers So Ja, jetzt komm jetzt der Vance rum, komm, ich bin mit der Württemberg Aber Geld ist doch da Ja, ich bin Geld, ich bin ein White Box, äh nicht White Box, bei Insideristen Wenn ich da rumpeak, willst du mich verarschen und Tackle schon dreimal macht Also aus wie als wenn du Huf bist Mid is open, be careful guys, maybe one coming highway One is a Vance One coming, B Scheiße Habe ich Habe ich Bombed on, B Wo guckst du? Main? Main hab ich auch Aber er spielt Main Ja, ich steh ganz weit hinten, guck Checkers Er kann Checkers nicht reinkommen Hoffentlich Ja, durch den Schacht, ah ne, aber bis dahin Doch, den Schacht den seh ich nicht Ich geh mal nach hinten gucken Aber er wird nicht kommen Pass auf den Schacht Ich denke ich war auch K könnte ja sein K ist sauber K ist sauber Get under Terrorists, win T-Spawn T-Spawn Meinst du die Kuchen, die kommen jetzt, B? Äh, die haben eine AWP, er steht T-Spawn und wartet auf den... Aber die hatten ja eben auch Waffen und sind nicht gerusht, oder? Mh, du kannst... Was ich halt ganz gerne habe, wäre nen Boost Ja, dann machen wir das Weil das ist mit ner Awe scheißen Ja, dann machen wir das Ich smoke ab und dann... oder du smoke's ab Vielleicht gegen... Mit unten Bomb ist mit Going Van Ja schon Wollen wir mit? Ich bin am Baum Bauen sie Okay, passt du auf War das deines mal? Ja Sehr gut Das weil die halt immer die Mitte einnehmen, deswegen gegenboosten Nicht jede Runde, aber... Wollen wir gegen... Obwohl, die kommen eigentlich früh Nein, du hast ne Awe, das ist gegen den Dobi, den Zumal die ja sowieso immer sehr spät kommen Aber ich glaube auch, wenn wir sie aufhalten, dass es nix Ich fläche, wenn du schießt Grenade aus Grenade aus Grenade aus Throwing fire Klar Two guys boosted Schacht ist offen, ne? Schacht ist offen, ne? Nee, Schacht war noch nicht Mitte Die sind noch nicht schacht Schacht offen? Hm, ohne mehr Durch Jetzt noch durch Grenade aus Ich weiß, kannst du Main gucken oder so? Ja, Main hab ich Ja, Main hab ich Okay, dann hab ich unten B1 nach DRO Äh, A nach DRO Gehen wir A? Ich flächte, kannst du abholen Deploying Flashbang Wombe müsste Mitte Nee, ist nicht Mitte einnehmen, oder? Ah, mit AWP scheiße Schacht ist offen, ne? Try to rotate One boost Schacht ist offen, ne? Okay. One main. One main. In the area. B, oder was? In the main, ja. Mit. Oh Gott, mit. Oh, fuck. Warum ist er denn bestimmt wieder weg? Er war da eben auf dem Spot. Oh, man hat's been planted. In meinst du, oder? Lila? Ja, der hat da oben auf B geguckt und hat dann gesehen, dass... Das war der A-Way. War doch eben A, der Typ. Nein, der war B. Ich war A. Hab mir hingeguckt und wurde dann von High-Way getötet. Ja, okay. Stell dich doch nicht zu High-Way. Hm? Stell dich doch nicht zu High-Way. Nee, ich stand, äh, Quad. Also ich geh jetzt nicht mit, äh, kein Bock drauf. Ich geh jetzt schon mit dem. Ich geh mit dem, mach B. Ich geh mit dem, mach B. 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 Aber ist das nur ein Anlass. Ah, scheiße. Oh? Immer noch, ich glaube, wo ist. Mit dem hat auch geschossen. Aber darf der nicht mehr. Ach man, jetzt kommt der. Warum denn? Mhm. Schacht aufgeschossen. Zweiter Schacht aufgeschossen. High-Way. Schacht aufgeschossen. Hast du Sound? Natürlich hab ich Sound. Aber ich hab mir überlegt, ich mach den aus, weil du ja alles ansachst. Ja, aber dann musst du auch darauf reagieren, wenn ich alles ansage. Mich mit einer Flash entgegner werden. Ja, das ist doch mal ein Gegenteil. Das bringt halt gar nichts. Wir haben viele DJ-Sets mit diesem Track endet. Ähm. Ja. 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 Ja, ich hab das mit uns mit unseren unofficialen Remix. Na ja, deine B. Oder wolltest du B machen, Sebastian? Nein. Verschbitte. Verschbitte. B. B. O. Vlogger ist totös. Ich hab mir noch einen gekrallt, wenn du noch feierabst. Ich werde mein Teamkühl nochmal verbessern. Die haben mich eingesmoged, genau da wo ich gehockt hab. Boost. Booster. 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 Barsch. Garage and whitebox. Oh, brav. Barsch. 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 Ich hab ihn mit. Ich hab ihn mit. Ich hab ihn mit. Was ist mit ihm? Und du hast gewinnt! Wo war die Drexabe da hinten? Nee! Ähm, die Ned hat getroffen, ja. Die Mabler. Okay. Okay, ich mache Molotow auf den Topper. Ich habe schon durch die Dings kastiert. Ich verschiebe. Oben. Entweder Richtung A-Main. Die Wend schon rein. Ah, wenn ich Smoke wäre, das kann ich auch nicht machen. Haha, ich weiß schon. Was ist da noch? Was ist da noch so, Schipps? Was ist da noch so, Schipps? Deploying Flashbang. Flashbang. Okay. Ich hab mich nicht mehr verletzt. Okay. 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 Was ist das? Was ist das? Was ist das? Hm. Keine Ahnung. Obwohl... Deine AWP war. Irgendwie du. Ich mach mit der AWP. Kasteinen Grad mit. Green ist kein Flaschium. Hi. Hand mit. Ich kann bitte nicht gucken, weil da sie einen Hagen kalt. Ach ja, ey, ich bin schon. Digga, der hat doch an. Hast du das gesehen? Der andere hat dich doch erwischt. Sicher? Ja. Ach, der der Jump hat einfach rübergezogen und einfach getroffen. Okay, dann hat sich das erledigt. Und dann hat sich das erledigt. Ich bin noch ein paar. Bist du durch? Hier ist der Flash. Von wem war die? Wahrscheinlich von mir, ey. Ich hab das nicht gesehen. Alter, ich bin durch, den Gegner hat Flash. Kenn ich irgendwoher. Booster ist halt scheiße. Schieß mal immer auf den Schacht, bitte. Mit Pistel oder so. Dann denken sie, einer von uns ist da. Geht's mal auf den Pistel. Ja. Ja. B-4P. B-2X-Y1. Ich bin nicht mehr auf den Bank. B-4P. 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 Das ist ne Kack Smoke Warum Gegner? Kann mir doch keiner erzählen, dass der da hinten hängt What the fork ist mit dem falsch? Kann mir doch keiner erzählen, dass der da hinten hängt Shit, nur die Plante Holt sich Das war ja nie so doll mit B aufhalten Mhm So schnell konnte ich gar nicht in den Schacht rennen Ah, der komische E-Gunas Der hat mich im Laufen da Wie weggeknülzt One squeaky For me I was squeaky Der B flashen und der 2 Wait for my spell Shhh, was er? Flashen Und dann mitklappen Okay Und denkt Und denkt Das Connector Oh, in der Smoke, ja Oh, in der Smoke, ja Oh 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 Yeah Das ist low Woh Ich hab mir scheiße gelegt Fällt mir da drauf Auto schon vorne An der A-Kante One highway Warndwerfer Warndsight, Warndsight Connector? Ja 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 Ah da, nicht Connector Ja, in Quad So, if we nail them Malt, Malt, Malt Wenn sie pushen neben Das kann ich nicht lange Das kann ich nicht lange Das kann ich nicht Jetzt gehen wir raus und ich bin ja B, wir gehen mit B B Das ist jetzt mein Favorit Nein, ich muss vorhin, dass ich raus kann Just watch the middle version, maybe Flash, hey, 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 Flash Two Gets, two Gets, geh weg Two Gets Ah, den hab ich in Ersch Er hat Smoke getötet Ich pass von hinten auf Noch einen gesehen Meiner war in A3 eben Meiner war noch Highway Ich pass jetzt hinten auf Mhm Warum ich die AK verlieren K Was ich denn mit dem Ich überlege Ich bin mit dem Ich glaube, das ist keine gute Idee Nee Nein. Zumal die auch ein eigenes ECO gemacht haben, oder? Ja. Ich hab das jetzt gesehen. Ja, nur Pläschloch. Moment. Bitte, ich will. Vance. Und Vance. Soll ich mal nach Weg verschieben? Ja, ja, mach mal. Ich mach mal hier Stress, aber... Und... Ich hab eine Tree. Oh. Ich bin da weg. Ich glaube, ich müsste auf hoch. Ah, boah, ich bleib mal dabei. Ja, das war ziemlich aggressiv von Maiden gekommen. Ah, das ist ja durch die Wixen. Ja, der wieder. Ich versuch mal B was zu holen. Oh, ich hätte Käffler kaufen. Wir sind 47 noch. Das ist ja auch cool. Eine Main, oder? Hast du das? Wein, oder? F Heißt, ich habe eine gute Idee. Daher geht's mal, die Flasche und Ache. Da ist ja auch eine gute Idee. Nice. Soll ich an A? One side B. One side A. Wap on B. Wap on B. Wap on A. Wap on A. Wap. Wap on A. Wap on B. Spot checken. Oh, sorry, sorry. Maybe in a small side. an A. maybe an Plus wait... One on K, one on K! R rif. Run real fast. Run real fast. Run Main or something. Turn is open. Run Main. No. Wait some more. 52 Mann, der Typ riecht mich richtig auf Ich muss B, deswegen sollten wir da dich hinnehmen Hey Gones Oh, ein Spastier Können wir kaufen, oder? Ich hab gekauft Und deine Arme? Na, ich geh jetzt B und mich bitte nicht blocken Der jumpt immer runter und wird Richtung Ventsrum rein, richtig? Keine Ahnung Okay Die Gründe ist der Typ, der jumpt immer runter Richtung Ventsrum Keine Ahnung Danke für die Infos, Jungs Ich weiß es nicht, ich war die ganze Zeit da Achso, er hat ein paar Mal gesagt, er geht immer B Ja, er war B, weil er vorhin einen Kill gemacht hat Aber den hab ich nie gesehen Ja, er hat eben nur gesagt, wir gehen ihm wieder B Wenn er da ist, würde ich da nicht hingehen Warum nicht? Geht mal A Nimm die Wormung, ja CT, links am Baum Jetzt rechts am Baum Komm Hat eine Arme Nein, noch mehr Nicht davor Ich hab keine Ahnung, der wird oben sein, genau Ich hab keine Chance Guck mal, hätte ich B gehen Das ist auch ein Schwachsinn, Alter Du hast ja gerade den ersten Peak gemacht Ja, aber er lebt immer noch auf B Ja, weil du zu spät Wollt ja, dass ihr A geht, dass ich einfach nur B Stress mache und den so lange wie möglich da hinhalte Junge, ich kann nicht wegholen, wenn du mir nicht sagst, wo er ist Du solltest A gehen Du solltest A gehen Nee, ich bin doch viel zu spät Das hab ich gesagt Und die Bombe und die A Ich hab den ersten Frag auf B gemacht Dann schmeißt man das Smoke hinterher und fertig Ja, dann haben wir gemacht, dann sind wir richtig rum Ja, überhaupt nicht Tilly, hab ich gesmoked Alter, ich bin während dem noch zur Mitte gelatscht Ja, weil er dann Richtung A gehen sollte Nee, weil ihr so ewig lange gebrucht habt Sie kann auch kuchen Ja Kann ich sie kuchen? Kann auf uns Arsch spielen Ja erstmal langsam Flasband 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 Throw in the Flasband One is quad plus... PvP One is stink yellow Throw in the Flasband White box one Wb Wb Swap Wb Wb Flasband Wb 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 Where are you doing? Wb Nein! Nein, da können wir endlich... Nein, da können wir endlich... Late Grott, Late Grott, Grott, Grott. Der Labern ist von K, Alter. Ich hab eben noch gesehen, dass er in AK ist. Haben sie alle schön und gut, aber ich bin durch den Typen hier gestorben und... ...und... ...und... Ja, eigentlich ist das Anfang an dort. Der war die ganz wetter. Also nicht, ist ja hier gelaufen. Okay. Jetzt schließlich der B-Spieler. Hm, der war aber nicht B. Wiese Runde. Hm, deswegen war er auch nicht K. War das wohl jemand anderes am Auto? Bei dem mein Auto hat der eine mit der Deagle weggerotzt. Oh, der ist jetzt. Herr... Sie sind auf die Steigen, der hat ein Smoke geworfen. Genau. Jetzt habe ich keine Smoke geworfen. Einer ist auf der B-Spot. Gass einfach raus. Einer oben, Heaven Und auf Heaven, Heaven back Spot down, Schläge, für Maus One Heaven, Heaven, Heaven Heaven Es gibt noch einer, noch ein zweiter One still Heaven What's on da weg Boat City Unten Smoker war gut, weil dann kann er in der Heaven stehen und dann kann er uns nicht mehr attacken. Ich würde langsam spielen, vielleicht pushen die von einem Spot. Und sie pushen Main. Und sie pushen Main. Und sie pushen Main. Ey, sag mal, pennt der Typ oder was? Guck da hin, ey. Schiebt die Flatten. Ja, da war einer. Hier sind nur vier. So, eine Runde. Sicherlich nicht. Ich weiß nicht warum Pegones jetzt auf A steht. Er steht immer da, wo man hinlaufen will. Ja, es ist halt sinnlos. Wir waren in Richtung B. Und dann ist die Bombe hart dauer. Ja. Was ich viel interessanter finde, ist, dass die letzten vier Matches immer ein Typ extrem aufgedreht hat. Mit 36 Kills, mit 70, über 70 Punkten. Ja, da musst du mir den Schuss trennen. Es kommt keiner mit. Äh, ein paar Arsch. Schacht aufgeschossen, machst du dich? Ich. Ich, ich, ich. Komm weg, komm weg, komm weg. Guck weg, dass weiss es geht. War gut, ey. Ist er aber in der Winzer? Keine Ahnung, wir haben mich gerade geschossen. Ist nach Sunsecker. Ja, habe ich vermissen mit. Ja, das ist Bombe gelegt, also gehe ich auch mal. Nein, ma. Highway, highway. Das war das Schlimmste, was ich je gehabt habe. Ich habe auch gesehen. Ey. Ich glaube nicht, Evok hat da irgendwo, ich wüsste nicht wo er sie in die Worte war, ich wusste nicht ob er sie rausschmeißt oder so. Der Gegner war nicht blind, ich war blind. Der Topflash hat er gemacht, habe ich gesehen. Ja, ich schieße auf den Gegner und ich bin blind, der Gegner nicht. Und ich sterbe. Ja, so muss das sein. Und da beschwerst du dich über meine Flashes, weißt du? Und deswegen sind alle blind. Ich kämpfe da die ganze Zeit, weil ich wusste, er ist da und dann kommt die Eckflash. Dann kam halt die Flashes extra für dich. Ja, genau in mein Auge rein. Da muss man sich dann nur umdrehen. Ich bin überlegen, ob ich mit einfach rausgeknallt. Okay, Smoken raus. Sollte ich mich dann auch umdrehen, die ist genau in meinem Auge explodiert. Ins Gesicht. Die hätte ich mit dem Kopf abfangen können. Egal, wo man sich hindreht, man war blind. Der Smok war außerhalb von Garage. Dann hast du nicht gesessen. Ich saß rechts im Eck und hab den Gegner geschossen. Ja, du saß rechts in der Garage und ich hab dir rechts gegen die Ecke geworfen. Genau, eigentlich darfst du nicht da rausgucken. Ich darfst du auf den Boden, wo du sitzt gucken. Also geht man sich mal ins Gesicht nach rechts? Ja, okay. Ich stehe ja alles mit mir dann wohl auf. Stand da unten links, als ich dir gebrochen habe. Ich hab sogar ein Geräusch. Das hat er sogar im Chat gesagt. Oh, du visuell hast du Druck mitgekriegt. Den konnte ich auch. Ich hab dadurch den Gegner getötet. Oder Thomas hat ihn dann getötet. Ja, ich hab ihn getötet, weil du verkackt hast. Nachdem ich ihn runtergeschossen hab. Naja, ist ja kein Problem. Ich hab 215, die den Kopf ergeben. Da ist sie ja einfach viel runtergeschossen. Ich smoke und die aus. 215, den Kopf. Ja, bleib stehen. Bleib stehen. Nein, da muss ich auch flashen. Oh, Fick für die Dütie. Ist gut, Aktion. Er rennt mir wieder in den Schuss. Er ist geflogen. Oh, ich kippe die Schlappen, Alter. Natürlich, wenn ich gerade kickt morgen. Weil er mir den fucking Schuss rennt. Habe, du macht der, Wuck. Der Gegner ist blöde, ich halte drauf und Thomas rennt dazwischen. Ist ja nicht so, dass ich gesagt hab, ich geh raus und flashe. Fuck you. Fuck you. Dich und deine erste Familie. Übrigens. Damit man rausfliegt, muss man schon ganz viel Schaden. Eigentlich schon. Na, dreimal. Ich hab dich ja noch vor die Runde hole getroffen, weil du mir mein Diegenschuss daran bist. Na klar.